Ja, Mann. Danke für den Reminder, Mann. Ich vergesse es auch oftmals. Ja, Mann. Und Leute, ich will heute euch die reine Source geben und will von der Foundation anfangen, okay? Erstmal anfangen, warum wir im Network launchen sollten. Okay, warum wir im Network launchen sollten. Ich habe immer nur einen simplen Grund, warum nicht. Vor allem an die Leader hier will ich dir, by the way, sagen, simpel, wenn du Leute einarbeitest, es sollte ein Standard für dich sein, dass jede Person launcht. Das kannst du ja aufschreiben. Es sollte ein Standard für dich sein, dass jede Person im Network-Marketing launcht. Und wenn du Partner hast oder wenn du gerade vielleicht ein Partner bist, der sagt, ich will gerade nicht so recht launchen, dann ist das aus einem einzigen Grund. Es ist nicht, weil du Angst hast, an sich zu launchen, weil wer hat denn Angst davor, sich einen Nehmarkt aufzubauen? Wer hat denn Angst davor, sich persönlich zu entwickeln? Wer hat denn Angst davor, Chairman zu gehen? Keine einzige Person, oder? Das, was wir Angst haben als Menschen, ist Ablehnung. Das, was wir Angst haben, ist Ablehnung. Und weißt du, vor welcher Ablehnung wir in den meisten Fällen Angst haben? Vor der Ablehnung von unseren besten Freunden, von unseren besten Freunden. Das heißt, wenn du nicht launch, dann launchst du meistens eigentlich nur nicht, weil du Angst hast vor der Meinung anderer Person. Das heißt aber, du hast nicht Angst vor Network. Und das ist auch nicht, weil du kein Networker bist. Das ist, weil du Angst hast vor der Wahrheit. Weil wenn wir doch beide ehrlich sind, ein Freund würde dich nicht auslachen, oder? Deine beste Freundin würde dich nicht auslachen für das, was du machst. Weil ein Freund muss nicht die Person sein, die dasselbe tut, was du tust, oder? Ein Freund, was macht einen Freund aus? Ein Freund respektiert dich für die Person, die du bist, für die Ziele, die du hast und für deinen Weg, oder? Für all das, was du tust, das macht einen wahren Freund, eine wahre Freundin aus. So, und eine Person, die dich nicht respektiert, eine Person, die dich belächelt für das, was du machst, war nie dein Freund. Das heißt, eigentlich hast du nicht Angst vor Network, eigentlich hast du Angst vor der Wahrheit. Und was ist der Grund, warum ich damals gelauncht bin? Leute, ich habe es eben auf einem Newcomer-Call, genau. Ich habe es eben auf einem Newcomer-Call gesagt, Guys. Und ich will dir direkt heute den Impuls geben, um zu launchen, weil es geht immer zwei Jahre vor Menschen in diesem Business. Hebe mal deine Hand, wenn du wegen Geld gestartet bist. Wir alle sind wegen Geld gestartet, oder? Keiner zahlt dir 250 Euro im Monat, um sieben in den Chat zu droppen. Nein, dafür sind wir nicht hier, Leute. Okay, wir sind alle, wenn wir alles sind, wir sind alle wegen Geld gestanden. Das ist aber alles cool. Der Unterschied ist aber nur folgender. Was ist dein innerer Antrieb? Was ist der Antrieb, warum du das Ganze tust? Am Ende des Tages wird sich keine einzige Person an dich erinnern, weil man sagt immer, es gibt zwei Daten, an denen wir sterben, oder zwei Tage, an denen wir sterben. Der Tag, an dem wir begraben werden, und der Tag, an dem unser Name das letzte Mal erwähnt wird. Das ist insane, Leute. Wenn ich darüber nachdenke, Leute, wir sind eine Industrie im Network Marketing, in der du nicht nur in der Lage bist, dich persönlich weiterzuentwickeln, in der du nicht nur in der Lage bist, Connections zu knüpfen für die ganze Welt, in der du nicht nur in der Lage bist von den besten Mentoren, for a fact, von den besten Mentoren auf der ganzen Welt zu lernen. Leute, es ist so, die Mentoren der Mentoren sind in dieser Company, Alex Morton, Matt Rosa, Jason Brown, Leute, the Foundation, der Ursprung von allem da draußen ist IM Academy, guys. Wir sind seit zehn Jahren in the game. Das heißt, wir sind zur richtigen Zeit, sind wir am richtigen Ort, und Leute, Network Marketing ist die umsatzstärkste Branche der Welt. Die umsatzstärkste Branche der Welt. Allein in dieser Industrie wird mehr umgesetzt, als in der NFL, in der Musik- und in der Filmindustrie gemeinsam. Leute, das ist insane, in was in der Industrie wir uns befinden, oder? Dass wir mit Persönlichkeiten wie einem Alex Morton Hand in Hand arbeiten können. Dass wir mit Persönlichkeiten wie einem Ilya, wie einem Michi, wie einem Hussein. Und ich nenne es gerade diese normalen Namen von diesen Chairman Tents. Wisst du, was brutal ist? Ich habe diese Story vor einem Jahr, oder glaube ich, gehört, von Adrian Köhler. Und er hat mir erzählt, also in Zürich, die hatten ein P5-Verbath-Dinner mit Alex Morton himself. Und Alex Morton fragt, wie alt seid ihr? Und Adrian sagt, dass er 20 ist, und Hussein sagt, dass er 20 ist. Und Alex sagt, you guys are 20? Und die sagen, ja, ja, ja. Und Alex sagt, als ich in eurem Alter war, habe ich noch nie von Network Marketing überhaupt was gehört. Ich bin im Network Marketing gestartet mit 21 Jahren. Leute, wir haben in Hussein Java, in dieser Company, in diesem Team, in diesem Movement, der 21 Jahre alt ist, guys, und Chairman Tennis. Das ist insane, Leute, oder? Das ist brutal, Leute. Mit welchen Menschen wir arbeiten können, oder? Ja, ihr wisst ja, warum ich Network so sehr liebe. Am Ende des Tages, ich habe das jetzt in der Story gepostet, am Ende des Tages, die beste Währung auf der ganzen Welt ist eines. Es ist kein Geld, es ist gar nichts, es ist eine Sache, Impact. Der Impact, den du anderen Menschen kreierst. Am Ende des Tages gehe ich lieber schlafen, gehe ich lieber schlafen, wenn ich einen Text von dem Team Partner bekam, der mir schrieb, wie sehr ich das Leben veränderte, als ich schlafen gehe, mit irgendeiner Nachricht oder irgendeiner E-Mail, wo steht Payment Received. Ich kriege lieber einen Text von einem Partner, der weint und sagt Danke, Bro, für deinen Impact. Ich kriege lieber ein Danke von einer Person, als in einem Payout. Das ist das, was Network Marketing für mich bedeutet. Weißt du, was Network Marketing für mich bedeutet? Ich lerne das beste Skillset auf der ganzen Welt. Das bestbezahlte Skillset auf der ganzen Welt. Schreib es in den Chat. Was ist das bestbezahlte Skillset auf der ganzen Welt? Schreib es rein. Es ist nicht das Payout. Das bestbezahlte Skillset auf der ganzen Welt. Danke, Tim. Einmal sieben in den Chat für Tim Heine. Leadership. Okay, Leadership. Leadership. The highest paid skill in this profession. Du nennst Leadership. Weißt du, was Leadership heißt? Du bist in der Lage, Menschen nicht so zu führen, sondern du bist in der Lage, einen Change in Menschen zu kreieren, oder? Du bist in der Lage, ein Leben wahrhaftig zu verändern. Okay, du bist in der Lage, ein Leben wahrhaftig zu verändern. Das ist der Grund, warum ich in Network Marketing gestartet bin. Wenn ich mal auf den rationalen Aspekt eingehe, Residual Income, oder? Residual Income. Ich sage dir eines, wenn du nur hier drauf aus bist, nur reich zu werden, nur reich zu werden, um mit keinem Menschen jemals zu reden, aus tiefstem Herzen, bitte verlassen diesen Call. Warum denn? Wenn du reich werden willst, bitte trade ihn. Ich bitte dich sogar, trade ihn nur. Da ist Network nichts für dich. Wenn du nur, nur ausschließlich Geld verdienen willst, bitte trade ihn nur. Da hast du mehr Möglichkeiten und du sprachst dir sogar Zeit, wenn wir beide ehrlich sind. Ist einfach so. Man sagt dir immer, mit Trading wirst du reich, mit Network wirst du wohlhabend. Simpler Aspekt. Weil wir alle wissen es und an die Funnel Trader hier, bestätige das bitte. Wir Menschen sind emotional, oder? Es gibt Tage, es gibt Wochen und es gibt Monate, an denen wir nicht traden sollten. Simpel. Das heißt, wir können uns nicht einfach jeden Tag hinsetzen und Trading so behandeln, als wäre es ein 9-to-5-Job, wo du nach der Zeit bezahlt wirst. Weil am Ende des Tages reagieren wir auf das, was im Markt da ist. Und wenn uns der Markt nichts gibt, können wir keine Trades mitnehmen, oder? Wenn wir keine Trades haben, fehlt uns eine Sache. Profits, oder? Profits, oder? Am Ende des Tages sollen wir uns noch nicht drauf aus sein, aber wenn wir ehrlich sind, wenn du nur durchs Trading leben solltest, wird das ein bisschen brenzig für dich, oder? Wenn du nur durchs Trading leben solltest, wird es ein bisschen schwieriger für dich, einen Trade nur wie einen Trade zu behandeln und nicht wie eine Miete und nicht wie dein Essen auf dem Tisch. Weißt du, was das Schwierige ist, wenn du nur vom Trading lebst? Alles da draußen ist abhängig von dem einen Trade. Und weißt du, was du machen wirst? Du wirst Trades forcieren. Du wirst Trades suchen. Du wirst an den Märkten, du wirst nicht mehr reagieren. Du versuchst, irgendwas zu finden, was es da gibt. Du suchst Setups, ah, da ist noch eine Supportzone, da ist noch eine Liquiditätszone, ah, da ist ein Orderblock, der eigentlich gar keiner sein sollte. Deswegen residual income. Geh at least P600. Geh at least P600. Es gibt keinen einzigen Excuse, warum du vor allem in dieser Company mit diesem Leadership nicht launchen solltest. Und warum sind Skillsets jetzt generell relevant im Network Marketing? Simpel. Schreib dir diese, es gibt eine Formel und das ist die einzige Formel, die du brauchst im Network. Das ist die einzige Formel. Skills, plus Numbers Game gleich Results. Simpel. Skills plus Numbers Game ergeben deine Results. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Ich sehe zum Beispiel hier Moritz. So, jetzt gehen wir davon aus, Moritz hat 10 Follow-Ups. Ich habe auch 10 Follow-Ups und bei Moritz starten 3 Leute. Bei mir starten 5. Moritz und ich haben dieselben Nummern, ich habe aber den besseren Skill. Deswegen habe ich auch das bessere Resultat. Aber als Beispiel, jetzt stell dir mal vor, Moritz hat 11 Follow-Ups, bei ihm starten 4. Ich habe 2 Follow-Ups, bei mir starten 2. Ich habe den besseren Skill, aber Moritz hat mir Nummern bewegt. The more people you expose, the more money you will earn. Die Skillsets bringen dir nichts, wenn du sie nicht in die Umsetzung einbringst. Du kannst den ganzen Tag lang am Fußballplatz stehen, den ganzen Tag lang irgendwelche Drills machen, durch Hütchen dribbeln, 50.000 Runden laufen. Wenn du aber nicht auf dem Spielfeld spielst und die ganze Zeit nur Bandwärmer bist, weil du Angst hast, aus Feld zu gehen, würdest du dir nichts bringen. Simpel. Das heißt, um Resultate doch zu kreieren im Network, ist es doch simpel, oder? Wir müssen die Skills meistern und Numbers Game erweitern, oder? Unsere Nummern erweitern. Kannst du es wiederholen? Welchen Satz genau? Mit Skills. Skills plus Numbers Game gleich Results. Skills plus Numbers Game ergeben die Results. Simple Sache, Geist, okay? Und deswegen sind Skills relevant. Warum denn? Weil das, was wir tun, wichtige Sache, du kannst 10 Calls machen, 10 Follow-ups machen. Weißt du, wann deine Quote besser wird? By the way, die Quote, die in GoPro steht, von 10 Leuten startet eine Person. Wenn wir mal jetzt mittlerweile ehrlich sind, eigentlich ist es jetzt Bullshit geworden, oder? In der heutigen Zeit. Vielleicht an die Leader hier, an die P1, an die P2 Leader hier. Vielleicht kennt ihr das, drop mal eine einzelne Champion, das kannst du, oder auch an die P6 Leader hier. Kennt ihr das? Ihr seid in einem Follow-up und ihr müsst nie wieder Einwähne behandeln, oder? Ich habe seit einem halben Jahr gefühlt keine Einwähne mehr behandelt. Damals, ich musste jemandem noch erklären, warum IM kein Schneemarsystem ist, warum IM legit ist, dass IM im Hammelsregister steht, dass IM wirklich eine Firma ist. Muss ich wirklich den Leuten erklären. Mittlerweile ist jeder geöffnet über diese Möglichkeit, oder? Das heißt, wir leben jetzt in einem Zeitalter, in der es einfacher denn je ist, Menschen in deinem Business zu starten. Weißt du, woran es aber dann hakt? An dir selber. Weißt du, woran es an dir hakt? An dir selber. Am Ende des Tages, jeder startet irgendwo in ein Business. Das ist aber so. Jeder startet irgendwo in einem Business, oder? Am Ende des Tages nur die Frage, warum? Und schreib dir einen Satz auf. Warum sollte jemand bei mir starten? Warum sollte jemand bei dir starten? Und ich will nicht, oh, weil ich so schöne Haare habe und weil ich so, nein, 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 schau mal. Warum sollte Tobias, der komplett frisch ist in der Industrie, dir anfangen zu folgen? Warum? Warum sollte er anfangen, dir zu vertrauen? Warum sollte er anfangen, dich als seinen Leader zu sehen? Warum sollte er anfangen, dass wenn du ihm was sagst, warum sollte er anfangen, es umzusetzen? Wer bist du, dass dir dein Prospect anfängt zu folgen? Beantwortet dir selber diese Frage. Und dann meine ich nicht, dass du schreiben sollst, oh mein Gott, ich bin eigentlich niemand. Nein, nein, nein. Du musst für dich erstmal klar definieren, bevor wir über die Skills gehen, du musst erstmal wissen, wer du bist. Weil das macht doch Leute wie an den Alex Morton aus. Leute, wenn Alex Morton an den Call reingeht, er geht nicht in den Call rein als Chairman Elite. Er weiß, ich bin Alex Morton. Miesig, ob die Person startet oder nicht, Mann. Das ist mir völlig Wurst. Ich bin Alex Morton. Mit dieser Einstellung musst du rein. Und du brauchst ein Chairman Elite sein und ein Chairman 10 sein. Diese Einstellung sieht, die du benötigst, aber du musst dir erstmal im Klaren sein, wer du bist in dieser Industrie. Du musst dir erstmal im Klaren sein, was du verkörperst in dieser Industrie. Du musst dir im Klaren sein, was für eine Art von Leader, was für eine Art von Partner du sein willst. Ganz, ganz simpel, oder? Und welche Schritte gibt es? Ich will jetzt über die allgemeinen Steps gehen, die wir haben, von Null auf bis zur Anmeldung, okay? Von Null auf bis zur Anmeldung. Das heißt, als kommende Anfänger auch, sogar wenn du noch nicht gelauncht bist von mir aus, okay, weil ich werde heute nur über die Kaltakquise reden. Wenn du noch nicht gelauncht bist, mach den Warmlaunch erstmal, ich werde das heute nur über die Kaltakquise reden, okay? Und by the way, schreib dir den Satz mal dick und fett auf. Es gibt hier so dieses, diesen Mythos, heute zeigen gerade aktuell, ja, Instagram-Aquise geht nicht mehr und jetzt mache ich Jubo, Lavu, Tinder, Snapchat, Omegle, was gibt es noch, Azar, Akquise und keine Ahnung, ich spreche Hunde im Zoo an. Guck mal her, am Ende des Tages alles funktioniert, okay? Am Ende des Tages gibt es keinen Heiligen Graal, es gibt nur deinen eigenen Heiligen Graal. Ich kenne Leute in Empire, die über Tinder wie verrückt Leute starten, aber dann kenne ich Leute, die starten über Snapchat wie verrückt Leute und dann gibt es Leute, die starten nur über TikTok Leute. Am Ende des Tages kommt es drauf an, wie, sondern dass du es machst. Am Ende des Tages musst du das tun, was dir am meisten fittet. Was aber aus meiner Erfahrung nach am besten funktioniert, ist Instagram. Warum ist Instagram das Beste? Simpel. Weil, wir müssen mal logisch nachdenken, auf Snapchat, du musst erstmal das Alter herausfinden, oder? Erstmal das Alter herausfinden, dann CopyPastex einfügen, in Hoffnung, dass eine Person auf Snapchat dich für das interessiert, was du machst, aber wenn wir beide ehrlich sind, warum haben Leute Snapchat aus zwei Gründen. Den ersten nenne ich nicht, weil wir ein Recording haben, wir alle wissen, was ich meine. Und der zweite Grund ist, Flammen, um Time zu wasten, oder? Stell dir mal vor, Lena, die gerade Abitur macht und mit ihren Freunden gerade saufen war, kriegt eine Nachricht von Sweeter von mir aus und Sweeter klatscht so einen fetten Text hin und sie sagt, Digga, was ist los mit der? Weißt du, was ich meine? Du bist in der Lage, und by the way, ich habe oft genug auf Snapchat Zeit verschwendet, mit 17-Jährigen, mit 13-Jährigen, mit 14-Jährigen und das minutenlang und am Ende kam nichts raus. Dann lehnt ihr euch über Snapchat Prospecten. Ihr sitzt an dem Käse mehrere Stunden lang, oder? Ihr sitzt, wenn ihr einmal über Snapchat eine Person anschreibt, die antwortet euch sofort, sofort. Ich schreibe 50 Menschen an, ihr habt 50 offene DMs, die kommt da gar nicht mehr mit, oder? Und jetzt kommt der folgende Punkt. Jetzt sitzt du da fünf Stunden an und du fällst der folgende und sagst, ich habe ja noch keine Nummer gezogen. Es funktioniert, ja, aber wir wollen auch den Effizienz im Weg nehmen, oder? Tinder und LaVue, ey, don't get me wrong, funktioniert ebenfalls, ja klar, ich weiß schon, ob Ariad Thien nicht auf dem Call ist, Ariad Thien hat gefühlt die ganze Welt über Tinder und LaVue gestartet, wisst ihr? Der Mann hat es vorgemacht, okay, Hut ab, so, aber wenn ich mal logisch nachdenke, ich kenne keinen P1 Leader, der von Tinder und LaVue kommt, oder? Leute, die auf Tinder und LaVue sind, die sind nicht da, um ein Business zu starten. Leute, die auf Tinder und LaVue sind, die sind nicht da, um dich kennenzulernen, zu wissen, wie deine Katze aussieht. Dirt auf Tinder und LaVue, die sind da, um neue Menschen kennenzulernen, um was? Einen Beziehungspartner zu haben, weil die sich alleine fühlen, oder? Die Trust Issues haben, die Confidence Problems haben. Das heißt, am Ende des Tages, du kannst jedem Prospecten, jedem helfen, aber was wollen wir doch in unserem Business? Wir wollen nicht nur Einsen starten, damit wir uns fünf Jahre lang darauf fokussieren, sie aufzubauen, nein, was wollen wir? Wir wollen die richtigen Menschen Prospecten, oder? Wir überzeugen keine Menschen, wir suchen überzeugte Menschen. Big Nugget, wir überzeugen keine Menschen, wir suchen überzeugte Menschen. Manche fragen mich Leute in Follow-Ups, ja, Tarek, wie überzeugt sind drei Leute, die das machen? Ich stelle mir so, Bro, wo überzeugen ich denn Leute? Du kommst ins Follow-Up, stellst mir Fragen, wo du startest. Simpel, oder? Ganz, ganz einfach. Das heißt, meiner Ansicht nach, wie gesagt, extra meiner Ansicht nach, ist Instagram das Beste. Du kannst sehen, wie alt deine Person ist und du kannst folgendes auch rausfiltern. Du kannst ihre Interessen rausfiltern. Wenn du unter Seiten Prospect ist, worauf ich später eh angehen werde, wenn du unter Seiten oder so Prospect ist und du siehst, welchen Personen sie folgt und welchen Personen sie eher weniger folgt, hast du folgendes Vorteil. Du weißt, dass ein Grundinteresse besteht. Du weißt das. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann geringer, dass du deine Zeit verschwendest, die doch so kostbar ist. Und vor allem, wenn du arbeiten gehst, vor allem, wenn du zur Schule gehst, vor allem, wenn du Zwei-Jobs hast, vor allem, wenn du noch Sport treibst, whatever, ist es schon scheiße, wenn du den ganzen Tag lang deine Zeit verschwendest, oder? Wir wollen effizient arbeiten, oder? Ich glaube, ein Einzelchef, wenn das für dich verständlich ist. Wir wollen jetzt auf Instagram eingehen. Und es gibt mehrere Steps, mehrere Steps, die wir brauchen, die wir haben, bis zu einer Anmeldung. Und der erste Step ist Prospecting. Okay, ich schreibe dir den Punkt runter. Der erste Step ist Prospecting. Wir wollen ja erstmal, bevor wir überhaupt zu einer Anmeldung kommen, müssen wir erstmal mit Menschen reden. Und du kannst über verschiedene Wege prospekten, über verschiedene Wege. Du kannst Menschen beispielsweise an die Leute, die in den Sim gehen, ich will dir ein Key mitgeben, das machst du die letzten Tage oftmals. Aber ich habe darüber nachgedacht. Ich bin eigentlich immer um sechs Uhr morgens in den Gym gegangen. Und dadurch, dass ich ja kein Auto mehr habe, musste ich immer später gehen, weil sonst hätte es mir in der Go-Live-Session von Anti-Paris nicht gepasst. Und mir ist dann alles aufgefallen. Um sechs Uhr morgens waren nur die alten Säcke dort. Ich habe nur mit den Opas trainiert. Die aus meinem Alter, ich habe die alle at work, die waren alle am Schlafen, wie du siehst. Aber ab 10, 11, 12 Uhr waren dann immer die Leute aus meinem Alter da. Und lustigerweise komme ich halt aus dem Dorf. Das heißt, ich kenne die meisten Leute in meinem Alter. Und dann ist dann folgendes. Ah, Tarek, ey, lang nicht gesehen. Warum? Weil entweder bin ich früh im Gym oder habe ich mich einfach eingesperrt. Oh, Tarek, ey, was geht? Lang nicht gesehen. Ey, ja, ey, was geht ab? Alles fit bei dir? Ja, bei dir? Bist du immer jeden Morgen hier? Oder wann bist du immer da? Ich habe extra gefragt, wann bist du immer hier? Damit ich weiß. Wann bist du immer hier? Als allgemeiner Tipp nur für Leute, die ins Gym gehen. Ja, eigentlich immer morgen. Ah, okay, interessant. Also so um 10, 11, 12 Uhr. Ja, okay, okay, safe. Er hat uns bei mir in der Klasse war. Wir haben uns über zwei Jahre lang nicht gesehen. Und ich rede mit ihm. Sag, ey, was machst du gerade? Und er sagt mir, ich habe Abi abgeschlossen und ich bin SA Industriekaufmann. Ich so, okay, warum? Und dann hat er mir erzählt, ja, das, das und das und das. Und ich gucke ihn an und ich so, okay, safe, ja? Und er sagt mir, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, das immer zu machen. Und ich sage ihm, ja, safe. Und ich warte, bis er fragt, was machst du denn? Oder er wusste, dass ich was mache. Er meinte, und wie läuft es bei dir? Machst du das noch weiter? Ich so, ja, safe. Okay, und ich frage ihn, wieso veränderst du nichts in deinem Leben? Ich weiß ja nicht, wie? Ich habe gesagt, Bro, hast du Insta? Safe. Hier hast du mein Insta? Schreib mir, wenn du was brauchst. Fertig. Du laberst keine voll. Schau mal, wenn du ins Gym gehst, begrüß die Leute einfach nur und fühl ein bisschen Smalltalk. Eins, zwei Minuten. Eins, zwei Minuten nur. Du hast mal einen einzigen Chat, wenn du eine Person auf deiner Kontaktliste hast, die du seit längerem nicht angerufen hast, wo du dir aber denkst, oh, Digga, eigentlich, die kann man schon anrufen. Eine Person, wo du sagst, ey, Digga, ich habe da so lange schon mit der Person gesprochen, die würde sich denken, was will der von mir? Der ist ein scheiß Verkäufer, oder? Wir alle kennen das. Ich habe auch solche Leute. Was machen wir mit dem? Simpel. Wie prospectst du diese Leute? Sagen wir mal Lasse. So, ich sehe Lasse. Oh, mit Lasse war ich in der whatever, vor vier Jahren in der Klasse, okay? Mit Lasse war ich vor vier Jahren in der Klasse mit dem Abend miteinander geredet. Was mache ich? Ich schreibe ihm auf Insta oder so oder auf WhatsApp. Hey, Lasse, was geht das? Da bei dir? Ja, bei mir auch. Und bei dir? Ey, lange nicht gehört. Ja, bro, absurd, Mann. Ey, ich habe gerade immer deine Nummer gesehen und deswegen, ich stelle mir auf, ich schreibe die, ich habe lange nicht gesprochen. Was machst du denn aktuell? Ja, hier und dann fühlt ihr ein bisschen smarter. Ja, bist du noch mit dem und dem befreundet. Gehst du noch in den Fußballverein? Ja, ja, okay, cool. Und was machst du denn schaubberuflich? Industriemechaniker. Und du? Und dann kannst du sagen, was du willst. Kannst sagen, beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, ich arbeite als Verkäufer und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ich arbeite als Verkäufer und baue mir ein Nebeneinkommen auf. Keiner will zirken, dass du Verkäufer bist. Ich arbeite als Verkäufer und baue mir ein Nebeneinkommen auf. Okay, was meinst du Nebeneinkommen? Bro, jetzt, was du erklärst, ist ein bisschen schwierig. Passt es, wenn ich irgendwann deswegen anrufe? Ja, klar, safe. Fertig. Das heißt, wenn du die Person jetzt anrufst, dann kommt es nicht mehr Cringe. Ganz, ganz simpel, oder? Du führst Smartphone mit der Person und einfach nur, was machst du gerade hauptberuflich? Was machst du gerade aktuell? Und egal, was die Person sagt, füge einfach nur bei einem Nebeneinkommen. Mehr nicht. Mehr nicht. Das weckt die Neugier der Leute. Sogar, wenn sie nicht mal in ihren kühnsten Träumen davon träumen würden zu starten, sie wollen wissen, was du machst. Weil Menschen sind neugierig. Wir leben in einer Zeit, in der jeder wissen will, was der andere macht. In der jeder wissen will, wer mit wem draußen ist, wer welche Handlasche trägt, wer mit wem was gemacht hat. Das heißt doch, wenn das doch so ein Zeitalter ist, kannst du doch für dich nutzen. Ich baue mir ein Nebeneinkommen auf, okay? Aber jetzt wollen wir auf das Instagram-Prospecting eingehen. Und was sind die größten Keys im Instagram-Prospecting? Ich hab drei. Ich will nur kurz im Groben drauf eingehen, wie die Leute findet. Ich will sich nicht länger halten, weil ich hab dafür einen Call, der echt sehr lange geht. Wo finden wir Leute? Ich geh nicht unter Seiten. Warum geh ich nicht unter Seiten? Weil jeder hier unter Seiten geht, oder? 250 Leute hier. Drop mal ne 1 in den Chat, wenn du Jan Mandir kennst. Drop mal ne 1 in den Chat, wenn du Official Rich Team, Manjid kennst. Drop mal ne 1 in den Chat, wenn du Nikita kennst. Sag mal ne 1 in den Chat, wenn du Bodo Schäfer kennst. Wir alle kennen doch diese Business-Namen, oder? Das heißt doch, wir alle Prospekten darunter, wenn wir doch mal das Kind beim Namen nennen. So, das heißt, jeder wird angeschrieben. Und was wir ja wollen, weil jeder heutzutage angeschrieben wird, wollen wir ja versuchen, so gut es geht, was zu tun. Die Menschen zu erreichen, die noch nicht angeschrieben wurden, oder? Und was tun wir dafür, oder was tue ich in dem Fall, was ich viel schlauer finde und was bei mir sehr, sehr gut funktioniert in der Vergangenheit und ist das simpel. Geht auf Likes, auch nicht, Bro. Auch nicht, nein. Auch nicht unter den Beiträgen, weil guck mal, lass mal ganz für Werte eingeschrieben. Aber ich muss jetzt, Bro, ich muss jetzt rausnehmen. Manuel, Bro, du bist kein, weißt du, das ist so eine Sache, das ist keine Idee, die nur dir gekommen ist. Auf diese Idee kam jeder hier schon, oder? Das heißt doch, wenn jeder hier auf die Idee kam, macht es doch jeder. Und was ist jetzt das Geile an meiner Idee? Natürlich kam auch jeder darauf, am Ende des Tages, wir haben nicht dieselben Leute, die wir anschreiben. Das ist der Key. Ich schreibe nicht dieselben Leute, an die ich anschreibe. Und wie mache ich es? Simpel. Ich zeige es schon mal ganz kurz. Ich stehe kurz bei mir auf IG. Alright, perfekt. Schau mal her. Also ich habe hier meinen Account, bei dem ich Prospekte. Simpel. Und ich habe dann hier meinen Hauptordner. Hier sind die ganzen Leute von der M. Und ich habe hier den Allgemeines Ordner. Und was ihr hier sehen könnt, und ich habe hier alle meine Prospekte. Okay, ich habe hier alle meine Prospekte. Und was tue ich immer? Ich gehe auf die Leute, die einen Kreis haben. Okay, die einen Kreis haben um ihr Profilbild. Weil das heißt doch, dass sie öffentlich sind. Zum Beispiel Isaac. Ich gehe jetzt auf den Kollegen und dann sehe Isaac. Hat es da Bilder drin. Und was mache ich? Ich gehe unter ihn. Und was mache ich? Und dann schaue ich es unter ihm. So, und was tue ich jetzt? Ich sehe zum Beispiel hier der Kollege. Und das mache ich. Ich prospekte unter ihm. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon angeschrieben. Ja, hier sieht man es. Hier, unter ihm. So, ich gehe jetzt weiter. Keine Ahnung. Beispielsweise Janik von mir aus. Okay? Janik von mir aus. Janik hat auch ein paar Bilder drin. Verstehst du, was ich meine? So hast du unlimited Prospects und durch einen Prospect, der ein öffentliches Account hat, hast du außerdem nichts Hundert von anderen. Und da du unter ihm, Liker von Liker, genau. Liker von den Likern. Simpel. Weil Leute, wer kennt es doch? Wer hat mal ein Personal gestartet, wo der Personal dann meinte, oder in einem First Call, wo du sagst, ey, du wurdest das ja auch mal angeschrieben. Und der dann so richtig cringe sagt, nö. Und ich mir so denke so, Digga, echt? Aber das sind genau die Personen, die dann gestartet sind, oder? Genau die Personen. Weil davor noch nie diesen Impuls bekommen haben. Du bist der erste Impuls. Der erste Impuls, umzudenken. Und das ist das, was wir wollen, oder? Das ist das, was wir wollen. Simpel. Okay, easy. Jetzt haben wir drei Steps. Gut, dass es angekommen ist. Geil. Drei Steps, guys. Okay, die drei größten Keys beim Prospecting. Der erste Punkt, sei authentisch. Der erste Punkt, sei du selbst. Weißt du, was der Fehler ist von dir? Wenn du in den letzten Wochen im Network Marketing gesigned bist, okay? In den letzten Wochen im Network Marketing gelauncht bist in der Kalterquise. Weißt du, was dein Problem ist, warum du keine Nummern ziehst? Du bist nicht authentisch. Und by the way, kurze Sache vorab. Diese Skills sind nicht der heilige Gral, damit du morgen 54 gehst, ne? Alter, das bringt dir nichts, wenn du keine Work Ethic hast. Also das ist nicht die Lösung. Dafür, weißt du, was ich meine? Also du musst immer noch konstant sein, du musst immer noch Work Ethic haben, ne? Ich denke, das ist klar. Aber der Grund, warum du wahrscheinlich keine Nummern ziehst, wenn du konstant bist, wenn du Work Ethic hast, ist, weil du ein Networker bist. Ist, weil Moritz nicht Moritz ist, sondern weil Moritz der Networker ist. Ist, weil Tobias nicht Tobi ist, sondern Tobi der Networker ist. Menschen hassen nicht Network, Menschen hassen Networker. Weil manchmal denken wir, und Annelida hier, kann es real sein, drop mal da eins in den Chat, wenn du mal eine Präsi hattest und Bilder kannst du aussprechen, das ist von Christina. Drop mal da eins in den Chat, wenn du mal eine Präsi hattest und hast einfach ein Network ausgelassen. Weil du Angst, weil du merkst, du denkst, das ist so ein Herr Neunmal klug, ne? Und dann wird es so, oh nee, ich hab da, da hab ich keinen Bock drauf auf den Einwand. Kennt ihr das? Keinen Bock drauf auf den, ne? Und einfach ein Network auslassen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil wenn wir ehrlich sind, geiles Frage am Ende, weil wenn wir ehrlich sind, Leute, die wahre Macht hinter I am, hinter dem, was wir haben, steckt ja im Network. Weil wenn wir ehrlich sind, ich verriehle Leute, ich könnte mir nicht vorstellen, wie mein Tag aussehen würde, wenn ich reiner Kunde wäre. Also, was mach ich den ganzen Tag? Also, ich bin an den Charts morgens, dann in der Go-Live-Session und was mach ich dann, Digga? Also, ist doch voll langweilig, wisst ihr? Und die wahre Power in der Persönlichkeitsentwicklung, im Branding, by the way, wisst ihr, ob Network Marketing das geilste ist? Das sind die drei wichtigsten Skills. Sales, Marketing, Branding. Das sind die Skills, die du als Unternehmer brauchst. Sales. Wir alle verkaufen das im Alltag. Marketing, dir selber zu vermarkten, dir selber deine Brand, der Ritterpunkt, ein Ding, aus die einer Marke zu machen. Das fünfte Level of Leadership, das Pinnacle Level of Leadership. Leute wie ein Ilia, ein Alex Morton, ein Matt Rosa, das sind Pinnacle Leader. Dessen Namen sind Marken, Brands, die für sich stehen. Ein Marvin Gramminger. Insane, Freunde, oder? Simpel. Aber wenn das zum Punkt zu tun, ich bin absolut ausgeschwiffen. Okay? Sei du selber. Das ist das, was ich meinte. Sei du selber. Sei authentisch, okay? Sei komplett real. Sei Maro von mir aus. Sei einfach du selber. Verstell dich nicht. Ich sag dir nicht, du sagst zu der Person, Digga, sag auch nicht Bruder und Bro die ganze Zeit, by the way. Aber schau mal, sei cool drauf. Weil du willst ja nicht, dass eine Person bei dir startet für deine Fake-Version. Du willst, dass eine Person bei dir startet für die Person, die du jetzt bist. Simpel. Der zweite Punkt, Success loves Speed. Okay, der zweite Punkt, Success loves Speed. Die meisten Menschen machen irgendwie den, da ist irgendwie so dieser Mythos. Ja, ich muss meine Chats nach zwei Stunden erst beantworten, weil sonst denken die, ich bin nicht busy genug, ne? So, wem, wem, wer bist du, dass du busy sein musst? So, nein, nein, schlag dir das aus dem Kopf raus. Was meine ich damit? Warum hat deine Chats so schnell es geht? So schnell es geht. Sofort. So schnell es wirklich geht. Warum denn? Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr das. Ihr macht eine Quise und ihr wollt die nächste Person anschreiben, aber der Kollege, den ihr gerade angeschmiert, antwortet euch sofort und ihr seht aus, das ist noch auf dem Chat. Kennt ihr das? Wenn das passiert, sofort antworten. Weil das heißt doch, dass er jetzt im Chat ist und er jetzt offen ist und was passiert jetzt? Du kannst sofort innerhalb von fünf Minuten seine Nummer ziehen. Simpel. Du kannst jetzt seine Nummer ziehen, in einer halben Stunde den First Call machen, morgen das Vollab tun und morgen eine Person starten. Weißt, was ich aber oftmals machen, Marcus Akquise ist zu Ende. Was passiert? Auf ungelesen markieren und dann what happens when life happens. Da kommen deine Geschwister rein, da kommt deine Familie rein, da musst du noch was erledigen, dann hast du noch danach Calls, dann hast du noch ein Team Call, ab 0 Uhr ist dein Gehirn Matsche-Pampe an die, wie alle kennen das als Networker, okay, ab 0 Uhr kannst du keine Menschen mehr sprechen, du fällst ins Bett und du hast den Chat einen ganzen Tag später beantwortet. Und jetzt kommt, was wenn die Person von Moritz vorher angeschrieben wurde, Moritz aber zu lange gebraucht und in diesem Zeitraum Josh dem Kollegen schreibt. Und Josh ihm eine Nachricht schickt. Und dann, was macht der Kollege? Er antwortet auch Josh. Und Josh ist schneller. Josh zieht die Nummer. Josh macht ein Follow-up. Und das Follow-up findet nach dem First-Core statt. Und dann sagt Moritz, ja ey, lass uns gerne ein Business starten. Und dann sagt der Prospekt, ja Bro, ich werde bei Josh starten. Er hat gestern mich gemeldet, der ist cool drauf. Versteht was ich meine? Success, love, speed. Beantworte deine Chats immer sofort. Warum denn? Menschen starten bei dir, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn du deine Chats sofort beantwortet, dann zeigst du der Person einfach nur Folgendes, dass du nicht erreichbar bist. Und wir wollen nicht mit Menschen arbeiten, die nicht erreichbar sind. Leute, ich damals, ich wollte, dass Micky Mima sofort antwortet. Wenn ich wissen will, was das im Chart bedeutet, er soll es mir sagen. Wenn ich wissen will, wie ich P1 50 gehe, Bro, antwortet mir sofort. Ich rufe den an. An die P1-Leader, an die P2-Leader. Bitte, ich bitte dich jedes Mal. Versuch, wenn wir das Kind beim Namen, an die Leader hier. Ich will mal ein bisschen real sein. Wir alle sehen doch die Chats, oder? Lass uns das selber bullshitten. Wenn ihr einen unranked aus einem anderen Team schreibt, du siehst die Nachricht. Du brauchst dich auf ungelesen markieren oder zu archivieren. Beantworte die Nachricht sofort. Beantworte die einfach sofort, okay? Ich bitte dich. Ich gebe den Appell einfach nur. Wir sind nichts Besonderes, nur weil wir P1, P2, P5 oder auch Chairman irgendwann sind. Beantworte deinen Chats sofort. Weil was tust du? Du stehst aus der Masse heraus erstens und zweitens, du gibst einer Person das Gefühl, als würdest du ihr wahrhaftig helfen wollen. Genauso auch deinen Prospekt. Antwort deinen Prospekt sofort, Mann. Weil wenn er doch von dir das Gefühl bekommt, weil was ist einer der Gründe, warum Menschen nicht starten? Sie haben Angst, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Was aber, wenn du Menschen klar machst, indem du ihnen schnell antwortest, dass sie bei dir sicher sind, dass du immer für sie da bist, dass du ihnen hilfst? Simples Game, oder? Letztens ein Prospekt. Um das Thema Speedline zu gehen. Letztens ein Prospekt. Ich weiß so, wir haben 22 Uhr gehabt und ich kenn's ja, im Warterum. Oder das ist ja nicht im Warterum, sondern da, wo die Musik spielt von dem Team Call. Wir haben Team Call gehabt und ich hatte noch keinen First Call, oder? Wer kennt das? Man faktisch schrieb ab, dass man keinen First Call hatte. 22 Uhr. Der Kollege antwortet mir, ja, ich hätte Interesse. Was mach ich? Ich mach eine Memo. Okay? Ich mach eine Memo und sag, okay, easy. Was ist denn generell davon, wenn wir es hier und da einfach hinsetzen, einfach entspannt telefonieren, 10, 15 Minuten. Passt dir das? Nur mal geschickt, um 23 Uhr einen First Call gehabt. Eine Stunde später. Success, love Speed. Was, wenn ich aber den First Call eine Stunde später beantwortet hätte? Zwei Stunden später beantwortet hätte? Was, wenn der Kollege dann schlafen gegangen wäre? Oder sich durchgelesen hätte über Online-Business? Oder er von einer anderen Person, verstehst du, was ich meine? Am Ende des Tages bringst Speed rein. Der dritte Punkt, okay? Der dritte Punkt im Prospecting kommt zum Punkt. Kommt zum Punkt. Die meisten Menschen labern um den heißen Brei. Die machen erstmal eine Memo, wo die 300 Milliarden Lichtjahre, hey, was ich glaube, ich bin Arthur, ich hoffe, dir geht es auf jeden Fall gut soweit und du hast eine, by the way, ich hoffe, dir geht es gut soweit und du hast einen wunderbaren Tag gehabt und einen wunderbaren Start in die Woche gehabt und deinem, keine Ahnung, geht es auch gut und deine Familie ist auch super. Bro, 10 Sekunden der Memo ist einfach nur, ich hoffe, dir geht es gut. Und der Prospect denkt sich, Bruder, was willst du? Wer bist du überhaupt? Weißt du? Das ist das, was sich Prospects denken. Wenn Prospects dir Ja schreiben, dann denken die sich Ja. Die denken sich, wer zum Teufel bist du? Das denken sich Prospect. Wer zur Hölle bist du? Das ist das, was sich Prospects denken. Was willst du von mir? So, und dann erzählen Menschen keine Lebensgeschichte. Ich bin dir ehrlich, damals hat es sehr gut funktioniert, dass du Menschen nach ihrer Lebensgeschichte ausfragst und nach ihren Interessen fragst, aber ich bin dir ehrlich, heutzutage wurden so viele Leute mit Weile angeschrieben, das zieht nicht mehr so stark. Das heißt, wenn du einer Person schreibst, komm zum Punkt einfach. Warum denn? Ich weiß auch, weißt du aus der Grund, warum ich nicht auf die persönliche Ebene vergehe bei Prospecting? Ist nicht wegen meiner Zeit, sondern weil ich ein Heuchler wäre sonst. Warum denn? Frage an dich. Ich hätte vor, du hast so einen Dialog mit einem Prospect, ne? So, ja, hey, was ist das Interessen? Okay, du willst Fußballprobe werden? Okay, cool. Und dann pitchst du ihn aus Business und dann sagst, nein, würdest du ihn nach einem Jahr nochmal schreiben? Nö, ne? Würdest du nicht. So, das ist eigentlich, war das Persönliche und sich wie Personen interessieren nur vorgeheuchelt. Ich bin ehrlich, ist nicht meins. Das mache ich. Ich komme zum Punkt, warum, weil ich einen Standard habe. Mein Standard ist, wenn ich mit Menschen arbeite, dann um Menschen, die zielstrebig sind in ihrem Leben, was verändern wollen. Und ab dem Punkt, wo ich den First Girl habe, dann kann ich auf die persönliche Ebene gehen. Dann kann ich nach einem Jahr hier auch mal schreiben. Und dann wäre ich auch bereit dazu, mich aufricht, wie die Person zu interessieren. Warum denn? Weil am Ende des Tages, wir wollen uns den Menschen umgeben, die auf derselben oder auf der ähnlichen Frequenz begeben, oder? Das heißt doch, kommt schnell zum Punkt. Ein Beispiel, wie ich Prospecte, ich habe drei bis vier Memos. Alles ist autopilot abgespielt. Ich will Ihnen nur eine Sache sagen. By the way, schau mal, das ist meine Art von Prospecting. Deine Art kann different sein. Ich schreibe zum Beispiel, ich sehe die ganze Zeit, dich, weil du die Hand oben hast. Moritz, okay, Moritz, Fragezeichen. Warum schreibe ich Moritz, Fragezeichen? Nichts anderes, weil ich damals auch Prospect war und ich für Micky mit Tarek, Fragezeichen angeschrieben wurde und ich mir dachte, der kennt meinen Namen, das ist kein Fake-Account. Das war mein Gedanke. Er spricht mich irgendwie direkt an, okay, das ist kein Fake-Account. Simpel. So, was habe ich dann getan? Ja, Micky, ja, was ist los? Wer bist du? Whatever. Moritz, Moritz, Fragezeichen. Ja, und dann mache ich einfach eine Memo und sage, simpel, hey, was ist das, Moritz? Ich hoffe, dir geht es wunderbar soweit. Schau mal, eine kurze Sache. Ich meine, du merkst, wir beide kennen uns nicht. Ich bin selber Tarek, ich bin 20, ich komme aus NRW und ich bin jetzt seit zwei Jahren im Online-Bereich steht. Ich meine, du kannst das nicht schwer erkennen in meiner Account, das Ding, ich erspare dir mal das ganze Gelaber. Ich komme einfach zum Punkt. Ich wurde genau wie du damals angeschrieben. Ich war damals ein bisschen skeptischer, das ist auch normal. Ich war aber auch neugierig, weil ich wissen wollte, was hinter dem Ganzen steckt und ich mache es seit einem Jahr auf jeden Fall hauptberuflich. Wenn dich das Ganze interessieren solltest und du sagst, du bist eine Person, die offen wäre für Neues, gib gerne Bescheid. Fertig. So, fertig. So, was ist, wenn eine Person Nein sagt? So, by the way, ich hoffe, ihr habt einen anderen Tag schon eingeplant, weil ich werde gut auf die Punkte, ich will intensiver auf die Punkte eingehen. Was ist, wenn eine Person Nein sagt? Es gibt zwei Arten von Neins. Es gibt beispielsweise, hey, mir geht es gut, ich hoffe, dir auch, aber leider kein Interesse, danke dir. Das ist das eine Nein. Aus diesem Nein mache ich folgendes. Ey, alles cool, mir geht es wunderbar, danke dir, aber hey, alles top. Schau mal, ich lasse dir mal kurz meinen Hauptaccount da, lass uns doch gerne gegenseitig folgen und wenn du was brauchst, melde dich gerne. Warum sage ich das? Guck mal, sogar wenn die Person jetzt nicht startet, was ist, wenn Tobias morgen oder whatever, was ist, wenn Tobias in fünf Monaten ein YouTube-Video seht oder irgendwas in seinem Leben geschieht, was ihm klar macht, ich muss mir mehrere Stammbeine aufbauen. Leute, Menschen, das ist auch der Grund, warum du jeden einladen solltest, wenn du eine Person sich noch nicht eingeladen hast, lad jeden ein. Soll ich dir erklären, warum? Innerhalb von zehn Minuten wird jeder Mensch gepitcht. Jeder Mensch. Damit meine ich, dein Freund, den du nicht einladen willst, was tut der? Geht ans Handy. Und was passiert? Auf TikTok sieht der Leute mit Lambos, mit Geldbatzen, mit Dropshipping umsetzen, oder? Oder Trading-Videos, wo Leute dir irgendwas erklären wollen. Wenn er auf Instagram geht, folgt er mit einer Person, die ein Business hat, oder er wird angeschrieben, oder er kriegt eine Werbung in die Fresse geklatscht. Wenn er auf YouTube geht, hat er dort irgendeine Andreas Baulig-Werbung, an die die ihn kennen, das sehen die den ganzen Tag, der nervt mich, hat er irgendeine Werbung von irgendeinem Business, von irgendeiner Social Media-Agentur, whatever, das heißt, Menschen werden die ganze Zeit innerhalb von zehn Minuten, wenn sie am Handy alleine sind, gepitcht. Jeder Mensch, jeder Mensch, egal ob er mal Interesse hat, ich kenn's halt for real, seh die ganze Zeit, aber simpel, okay? Und das heißt, schau, dass du jeden einlegst, so. Und was mach ich dann? Ich sag, hey, lass uns gegenseitig folgen. Bei Leuten, wo ich merke, das Nein ist ein bisschen freundlicher, okay? Wenn eine Person einfach nur sagt, kein Interesse, next, next, einfach weiter. Wenn eine Person einfach nur trocken Nein schreibt, next. Wenn eine Person mich beleidigt, God bless him. Ich schreib dir viel gesunder für deine Familie. Immer, Mensch, vielleicht viel gesunder für deine Familie, weil dann realisiert sie, was sie gemacht haben. Verstehst du, ich meine einfach simpel, einfach mit Liebe wieder zurück antworten, das ist das Beste, was du tun kannst. So, und was eine Person sagt, ja, hört dich interessant an, oder was machst du denn genau? Dann sage ich nicht, ich arbeite mit der Welt der größten Online-Schule zusammen. Nein, 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 schau mal, simpel. Ich will dir eine Mentalität geben, die du brauchst im Network. Du musst dich so verhalten, als hättest du ein Coaching. Simpel. Verhalte dich so, als hättest du ein Coaching. Als wäre das dein eigener Online-Kurs. Dein eigener. Mit dieser Postschau musst du vorausgehen. Schau mal, Moritz, ich bin jetzt seit zwei Jahren mittlerweile im Online-Bereich tätig. Sei es im Bereich Trading, Marketing, Dropshipping und so weiter und so fort. Und ich komme auch in diesem Bereich diverse Stammbeine hochziehen, einige Menschen helfen und mir auch einiges ermöglichen. Wenn dich das Ganze interessiert, gib gerne Bescheid. Fertig. Zehn Sekunden geht die Memo. Fertig. Ich erzähle nicht viel, einfach reinwerfen. Gib Bescheid. Ja, das Ganze interessiert mich. So, simpel. Und weil wenn eine Person sagt, ja, das Ganze interessiert mich, mache ich einfach eine Memo. Was mache ich jetzt? Ich labere nicht mehr um den heißen Brei. Was mache ich? Ich pitch sofort. Ich pitch sofort. Ich pitch sofort. Ich sage, ich bin jetzt seit mittlerweile zwei Jahren, je nachdem wie du es bist, im Online-Bereich tätig. Sei es im Bereich Trading, Marketing, Dropshipping. Also ich erzähle einfach ein paar Bereiche auf. Einfach nur im Groben, okay? Ich sage mal, ich nenne immer nur die Bereiche, die am meisten gehypt sind. Trading, Marketing, Dropshipping sind am meisten gehypt heutzutage bisher. Jeder versteht was unter einer von diesen drei Begriffen. Und Bro, du baust dir ja gerade was auf. Simpel. Das heißt, ganz, ganz einfach, was machen wir? Und wir sagen das. Und wenn eine Person sagt, hey, das Ganze interessiert mich deutlich, oder das Ganze ist was für mich, mache ich eine Memo und pitch auf die Nummer sofort. By the way, ich will dir nur sagen, wandle die Memo ein bisschen für dich ab, okay? Sei ein bisschen kreativ. Natürlich kannst du sagen, dass du das eine Mal lang hauptberuflich machst. Guck mal, jetzt geh mir mal davon aus, du bist frisch in der Track. Was kannst du sagen? Simpel. Ich bin jetzt jetzt, whatever, seit einigen Monaten, seit einigen Monaten bin ich im Online-Bereich tätig und bin gerade dabei, mir mehrere Stammbeine im Bereich Trading, Dropshipping, Marketing hochzuziehen und auch einigen Menschen zu helfen und bin gerade dabei, mir einiges zu ermöglichen. Wenn dich das interessiert, gib Bescheid. Merkst du? Ist eigentlich genau dasselbe, aber du wandelst es ein bisschen um. Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Simpel. Ganz, ganz einfach. Diese Posture, die du brauchst. Big Nugget. Du brauchst das Mindset und die Attitude eines Shermans, aber die Work Ethic eines P150. Ganz einfache Sache. Mit dieser Posture, mit dieser breiten Brust musst du wirklich rausgehen, weißt du? So, die letzte Memo ist simpel aufgebaut. Ich sage einfach, hey, schau mal, was heißt denn generell einfach davon, Moritz, wenn wir uns gerne beide heute oder die Tage einfach hinsetzen und entspannt mal 10, 15 Minuten und telefonieren. Ich meine, wir beide kennen das ja nicht. Und ich sage mal so, wenn ich merken sollte, dass du cool drauf bist, kann ich mir die Zeit für dich nehmen, dir das Ganze mal näher zu bringen. Passt dir das soweit? Ich frage extra Moritz, ob ihm das passt. Warum denn? Weil dann denkt er, dass er die Zügel in den Händen hat. Aber eigentlich habe ich den ganzen Weg schon vorgegeben, dass sie telefonieren, dass er sich von mir beweisen muss. Weil ich habe extra gesagt, ich nehme mir die Zeit für dich extra. Sage ich extra. Ich sage extra, wenn ich merke, dass du cool drauf bist. Ich mache einem Moritz klar, ey, ich arbeite nicht mit jeden x-beliebigen zusammen. Verstehst du? Simple Sache. Ja, das passt mir. Hier hast du meine private Händnummer, schreibe mir gerne auf WhatsApp. So. Und kennt ihr die Sonderfälle, die euch dann nicht schreiben? Was mache ich dann, wenn ich merke, nach einer halben Stunde bin ich geschrieben? Meine Memo. Hey, was ist das, Moritz? Ich schreibe einfach in den Chat, entweder klappt die Nummer oder ich mache nochmal eine Memo und sage, hey Moritz, schau mal, ich habe gesehen, du hast noch nicht geschrieben, schau mal, ich vergibe die nächsten Tage nicht mehr viele Coaching-Plätze und wäre ja ein bisschen blöd für dich, wenn du mir die nächsten Tage erschreibst und ich mir dann keine Zeit mehr für dich nehmen könnte. Deswegen, hey, nimm dir einfach mal die 10, 15 Sekunden, schreibe mir gerne ganz fix und dann kann ich auch gerne auch einspeichern. Fertig. Ich droppe das kurz hin, weil dann kriege ich FOMO. Ich sage, hey, ich vergib nicht mehr viele Coaching-Plätze und wäre ja blöd für dich, wenn du mir schreibst und ich mir keine Zeit mehr für dich nehmen könnte. Ganz einfach. Schaue euch das Recording an, weil ich bin gerade generell ein bisschen schnell, aber wir haben ja einen Recording-Guys. So. Und so ziehe ich meine Nummer. Der erste Skill ist Prospecting. Der zweite Skill, auf den ich gerade eingegangen bin, ist Nummer ziehen. Das war der zweite Skill. Ist auch ein Skill, Leute, oder? Simpel. Nummern zu ziehen. Warum denn? Weil die meisten Leute tun sich damit so schwer. Die tun sich so schwer damit, eine Nummer zu ziehen. Eine Person klipp und klar zu sagen, gib mir deine Nummer. Ja, aber was ist, wenn... Whatever, weißt du, ich meine? Was ist, wenn... Ja, ich will meine Nummer nicht rausgeben. Und ich mache einfach eine Memo. Schau mal. Wenn eine Person sagt, ich will meine Nummer nicht rausgeben, sage ich einfach Folgendes. Und das merkst du. Weißt du, wie du Nummern ziehst? Attitude. Ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr den Excuse gehabt, ich will nicht meine Nummer rausgeben. Weißt du, was ich meine? Seit einem halben Jahr nicht. Warum? Wegen meiner Attitude. Wegen deiner Attitude, die wirst du brauchen, die breite Brust. Wenn du realisierst, was für eine brutale Möglichkeit du in der Hand hast, dann wirst du niemals wieder schüchtern sein. Dann wirst du mit jedem Menschen über das sprechen, was du tust. Leute, wenn ich teilweise darüber nachdenke, ich weiß nicht, ob Kimberly auf diesem Call ist, Leute, dass Kimberly xxx im Trading ist und xxx im Trading macht, Leute, wenn ich nachdenke, Leute wie ein Praven, ein Erik, ein Ilia, ein Müslüm, ein Abele, Leute, holy shit, ein Flo Abele, wenn du was damit im Trading macht, machen teilweise Menschen nicht in ihrem, sagst du nicht, weil wir haben ein Recording, okay? Leute, ich würde am liebsten diese Menschen nehmen und sie wachrütteln und ihr sagen, Digga, was machst du falsch, Mann? Weißt du, was ich meine? Mit der breiten Brust musst du rausgehen. Mit der breiten Brust und nicht mit, ich bin der unranked und gerade im Networking, nein, nein, damit, weißt du, nein. Warum soll Menschen bei dir starten, wenn du ein kleines Kind bist? Klingt gerade zwar hart, aber du brauchst diese Post, verstehst du? Alpha Mentality, Alpha Networker Lifestyle. So eine Person sagt, ah, ich will nicht auf, ich will meine Nummer nicht rausgeben, ich mache eine Memo, was mache ich? Hey Moritz, ey, verstehe ich total, Mann, weißt du? Ey, ich würde auch meine Nummer nicht an eine wildremmende Person weitergeben, weißt du? Aber schau mal, was sagt die eine ist, hier auf Instagram, das Ganze zu machen, würde einfach den Rahmen komplett sprengen, weißt du? Ich kann hier nicht die ganzen Memos aufnehmen, die eine Minute lang gehen und die erklären, was ich mache, ich schaue, aber darauf hast du auch genauso wenig Bock und wenn wir mal ehrlich sind, Moritz, du hast ja auch meine Nummer, genau das, was ich mit deiner Nummer tun kann, kannst du mit meiner Nummer tun. So, das Schlimmste, was passieren kann, Mann, ist ein Klingelstreich, okay, deswegen, hey, nimm gerne meine Nummer, schreib mir gerne auf WhatsApp, speichere mich ein, whatever, oder lass einfach sein. So, was der Key an dieser Memo, ich zeige Verständnis, verstehe dich, ich fühle dich, was mache ich dann? Ich verstehe dich, das Schlimmste, das passiert, du kannst jetzt ein Klingelstreich und du hast ja auch meine Nummer und was machst du am Ende? Nutze es oder lass es sein. Dadurch, was du sagst und ihr habt ja meine Betonung gemerkt, deswegen, hey, speichere mich ein, whatever, oder lass es einfach sein. Ich mache es extra und eine Person klar zu machen, Digga, ist mir egal, ob du mich schreibst oder nicht, Einfach das, wenn Menschen merken, du bist ihnen egal, wenn sie dich schreiben. Ich bin ein Live-Example, weil Micky genauso das bei mir gemacht hat. Ich habe damals folgendes, dann ist folgendes geschehen bei mir im Kopf. Als Micky mir meinte, speichere mich ein oder lass es sein, ist einfach nur folgendes geschehen. Und zwar, ich habe FOMO bekommen. Ich dachte mir, okay, wenn ich ihn jetzt nicht schreibe, dann könnte ich mir was entgehen lassen. Wenn ich ihn schreibe, okay, ich schreibe ihn. Das war mein Gedanke. Ganz simpel. Ich wollte dich davor, einer Person mal die Meinung zu sagen, okay? Der dritte Punkt, der dritte Skill, okay, der dritte Skill, den wir brauchen bis zu einer Anmeldung, wir machen den First Code aus. Das dritte Skill, den wir brauchen, ist den First Call auszumachen. Noch nicht den First Call an sich, den First Call auszumachen. So, und das erste, was du jetzt brauchst, du brauchst Standard. Du schreibst die Diktfelle auf. Ich brauche einen Standard. Damit meine ich folgendes. Wenn ich mit Moritz schreibe und Moritz mir sagt, ja, ich habe heute, ich sage, hey, Moritz, cool auf jeden Fall, dass du mir schreibst. By the way, guys, ich will es euch mal kurz zeigen. Das ist ein sehr neister Key, den ich habe. Ich habe bei mir beispielsweise automatisierte, ich glaube, einige von euch sollten ihn kennen. Ich muss kurz einen Instagram-Chat finden, damit ich ihn euch zeigen kann. Wen habe ich vor kurzem geschrieben? Aziz. Was ist der? Ich muss kurz einen Chat rausnehmen mit dem Prospekt. Okay, easy, schau mal her, guys. Kann ich euch echt mitgeben? Wenn ihr auf WhatsApp geht und ein Unternehmensprofil habt, also WhatsApp Business, habt ihr folgenden Vorteil. Ihr könnt diese automatische Nachricht machen, das hier. Und ich finde diese Nachricht sehr, sehr nice. warum der Ballant dieser Nachricht kann ich herausfinden, wer die Person ist und woher sie kommt. Und was tue ich immer? Ich speichere die Person mit der Stadt ein bisschen. Finde ich immer sehr nice. Warum denn? Weil wenn morgen die nächste Tour ansteht, schreibe ich einfach in die Suchleiste Frankfurt und habe ich da 10 Prospects. Verstehst du? So easy, so simpel. So, aber schau mal her, eine Person, die mir schreibt, hallo, ich bin der von Insta, klick einen Moment. So, was passiert dann? Da kommt diese Nachricht auf. Sofort. Und was passiert dann? Ich bin der und der, komme aus meiner. Ich habe diese Nachricht nur damit herauszufinden, woher die Person kommt vorher, weißt du? Und die direkt so einspeichern kann. So, und wie baue ich den Chat dann auf und sage ganz einfach, jetzt stellt euch mal vor, Aziz, okay? Aziz sagt mir, ich mache eine Memo dann und sage, hey, was glaubt Aziz? Cool auf jeden Fall, dass du mich schreibst. Lass uns beide gerne entspannt telefonieren. Passt dir? Ich sage extra 10, 15 Minuten, my bad. Und ich sage immer, passt dir? 15 oder 20 oder besser. Wenn dir eine Person jetzt schreibt, mach niemals das für morgen aus. Wenn du jetzt keinen Call hast, rufst du sogar sofort an. Wenn du jetzt eine Person schreibst, in dieser Sekunde, dann rufst du die Person in der Sekunde an. Tun dich auf beschäftigt und auf businessman. Du hast keinen Call gerade. Wenn du keinen Call hast, dann tun dich das jetzt so ein, weißt du? Ruf die Person sofort an. Success loves Speed. Eben schon gesagt, oder? Ruf die Person sofort an. Leg alles auf den selben Tag. Auf den selben Tag. Geht nur 10, 15 Minuten, okay? Also, ich mache die Memo und dann stell dir mal vor, Aziz sagt mir, boah, Bro, heute wird ein bisschen schwierig. Klappt bei dir nächstes Wochenende. Wir alle kennen sie, oder? Ja, ich bin die Woche beschäftigt. Klappt bei dir nächstes Wochenende. Du brauchst Standards. Habe ich eben gesagt, oder? Standards. Und er sagt dann einfach, hey, ich meine es nicht böse, aber schau mal her. Du kannst mir nicht erzählen, dass du innerhalb der nächsten Tage keine 10, 15 Minuten hast für deine Träume und Ziele. Ich meine, du wirst ja auch wissen, was ich mache, nicht andersherum. Und ich bin dir ehrlich, wenn ich mit Menschen arbeite, dann erwartest du mal ein gewisses Engagement. Und 10, 15 Minuten hast du. Deswegen, wenn du das Ganze ernst meinst, gib gerne Bescheid. Fertig. Fertig. Merkt ihr? Ich arbeite um Menschen, die ein gewisses Engagement haben. Warum denn? Warum willst du den Prospect dazu überreden, sich 10 Minuten mal die Zeit zu nehmen für dein Business, was eigentlich für sie ist? Warum willst du den Prospect dazu überreden? Und was denn dann bei dir startet? Stell dir mal vor, du hast einen Partner, der dir sagt, ich habe keine Zeit für eine Einarbeitung. Keine Zeit morgen. Übermorgen keine Zeit. Hast du Bock auf so einen Teampartner? Das ist demoralisierend, oder? Simpel. Standards. Du brauchst Standards. Simpel. Das ist eine Person, die mir sagt, heute klappt nicht, klappt bei dir Mittwoch. Auch wenn er sagt, sogar wenn ich heute Nummer zuhne, klappt bei dir Dienstag, sage ich auch nein. Warum denn? Der will mir doch nicht erzählen, dass er in 24 Stunden keine 10 Minuten hat. Verstehst du? Einfach mal logisch den Kopf gehen lassen. Auch bei einem Follow-up, by the way, ich will das mitgeben, ein Follow-up, legst immer auf den nächsten Tag, niemals zwei Tage später. Ich habe kaum, noch nie eine Person gestartet, wo das Follow-up zwei Tage später war. Kann ich mich null daran erinnern, wisst ihr? Die sind immer irgendwie ausgefallen. Keiner weiß. Schau mal her. Eine Person, die sagt, ja, morgen wird ganz schwierig. Kennt ihr die Prospects? Ich gehe da gleich drauf ein, um den Punkt gleich abzuschließen. Ich will nur noch auf den Punkt eingehen, mit wirklich AD2-Tamen, Standards haben. Kennt ihr das seit einem First Call und der Prospect sagt euch, ja, morgen wird ein bisschen schwierig, arbeite morgen. Wie ich das sage, ey, danke für die Info, dass du morgen arbeitest, aber du arbeitest nicht den ganzen Tag, oder? Ja, von wann bis wann arbeitest du denn? Ja, ich habe Frühschicht, also von 8 bis 15 Uhr. Ja, ja, klar. Also ab 15 Uhr kannst du dann, okay, ja, aber ich gehe danach ins Gym. Okay, bist du den ganzen Tag im Gym? Nee, schau mal her. Ich kann morgen für dich am Abend Zeit nehmen, dann bist du auch nicht auf der Arbeit, auch nicht allzu spät, passt dir abends um 18 oder 21 Uhr besser. Fertig. Verstehst du? Fertig. Du setzt personen in den Druck, aber du gibst ihnen einen Standard mit. Einen Standard für die Art und Weise, wie du arbeitest. Ganz, ganz einfach. Du brauchst einen Standard. So ziehst du Nummern und so machst du deine First Call aus. Du brauchst einen Standard. So, wie gehe ich jetzt vor? Hey, Tari, ich bin der von Insta. Ich bin Aziz, bla bla bla. Memo, hey, was geht ab Aziz? Cooler 5 Uhr, dass du mir schreibst. Lass uns gerne beide entspannen, einfach mal callen. Pass dir 15 oder 20 Uhr besser. Immer Catcher Mayo Prinzip. Immer niemals eines mitgeben und niemals fragen, wann hast du Zeit. Immer sagen, passt dir das oder das besser. Immer. Pass das oder das besser. Catcher Mayo Prinzip. Mir passt 18 Uhr. So, und dann machst du folgendes. Okay, easy, schau mal Aziz, es ist nicht aber eine Sache wichtig, bevor ich das Ganze eintrage. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf meine Zeit, genauso wie du auf deine Zeit. Deine Zeit ist wahrscheinlich auch viel wert. Deswegen, wenn ich mir das eintragen würde, kannst du auf dich verlassen? Ja, kannst du, safe. Easy, auch reinschauen. Wenn mir eine Person diese Memo nicht bestätigt, dann trage ich es mir auch nicht ein. Simpel. Warum denn? Weißt du, so wenn ich eine 10 Sekunden Memo anmache und die Person nicht so cool ist, sie zu beantworten, warum soll ich mir die Zeit für dich nehmen? Standards, Standards. By the way, wenn du um 20 Uhr einen Follower hast, ich gehe gleich bei Verwünschigkeiten noch fein, oder ja, der nächste Skill, der vierte Skill nach First Goal ausmachen ist natürlich der First Goal selbst. Okay, der First Goal selbst. Guys, wenn ihr kurz mitkommt, wenn ich nicht viel zu schnell bin, einen Set, okay, nice. Der vierte Skill ist der First Goal. Okay, der vierte Skill ist der First Goal. Und guys, der First Goal ist meiner Meinung nach der wichtigste Skill, der wichtigste. Um meine Personal in deinem Business zu signen, ist der First Goal, das Erstgespräch, das Wichtigste. Warum denn? Weil der erste Eindruck bleibt der erste Eindruck. Du kannst deinen ersten Eindruck nicht rückgängig machen. Funktioniert nicht, ist unmöglich. Das heißt doch wohl, wenn der erste Eindruck ist was? Der entscheidendste. Der erste Eindruck, den du machst, ist der entscheidendste. Und den tust du im First Goal. So, simpel. Und was sind die drei Keys, die wir brauchen in einem First Goal? Und was sind unsere Ziele im First Goal? Und ich will jetzt, dass du es in den Chat reinschreibst. Was sind unsere Ziele im First Goal? Drop es mal in den Chat. was unsere Goals sind, was die Dinge sind, die wir haben wollen, herausfinden wollen. Story, muss ein bisschen genauer sein, Manu. So, Ragawe hat es gesagt, Relationship. Okay, Relationship. Identifikation, Vertrauen ist auch Relationships, yes. Vertrauen ist auch Relationships, yes. Ziele, genau. Vertrauen, Vertrauen, impingen lassen, ebenfalls, ja, Person kennenlernen, wunderbar Leute. Wir haben drei Punkte. Der erste Punkt ist, den Bedarf herzustellen. Den Bedarf herzustellen oder ihn herauszufinden. Warum denn? Du bist nicht bei einem gestartet, weil du weißt, was Trading ist. Du bist gestartet, weil du weißt, warum du Trading brauchst, oder? Warum? Menschen machen nur Dinge, dessen Sinn und Zweck sie erkennen. Wir machen nur das, was sie tun, wenn wir verstehen, warum wir es tun. Du bist hier nur auf dem Call, weil du verstanden hast, warum du auf dem Call sein solltest, oder? Das heißt, ein Prospect startet bei dir, wenn er versteht, warum er bei dir starten sollte. Aber ein Prospect baut auch nur was auf, wenn er versteht, warum er das braucht, was er braucht, oder? Das heißt, du musst den Bedarf herausfinden. Und was machen wir? Du hörst einer Person aufrichtig zu und du machst dabei was? Notes. Mach Notizen zu jeder einzelnen Person. Mach Notes immer dazu. Woher kommt die Person? Was sind ihre Ziele? Und wichtige Sache, merke dir kleine Details. Merke dir kleine, zum Beispiel sowas wie, er hat am Sonntag ein Fußballspiel, keine Ahnung. Oder er spielt Rechtsverteidiger. Oder, keine Ahnung, er hat sich vor einem Jahr mal verletzt. Oder von mir aus, er ist mit seiner Freundin aus sechs Jahren. Ich weiß nicht was. Merke dir mal so diese kleinen Details, vertraue mir. Vielleicht kennst du das, wenn deine Upline, beispielsweise, ich erinnere mich damals, das war, ich weiß nicht, wann es genau war, das war vor anderthalb Jahren, ich habe Micky mal von einem Struggle von mir erzählt, wisst ihr? Und wir haben nach drei Wochen mal gecallt gehabt und haben mich nach diesem Struggle gefragt und ich habe ihn selber sogar komplett vergessen. Aber das war sehr, sehr berührend für mich, sehr bedeutend für mich. Warum? Weil Micky mir zeigte, dass er sich ausfrichtig für mich interessiert. Wir alle kennen das alte Sprichwort, People don't care how much you know until they know how much you care, oder? Menschen juckt es nicht, wie viel du weißt und so dann sofort. Menschen interessieren dich erst so viel, wenn du Aufrichtinteresse für sie zeigst. Es gibt ein simples Sprichwort und du wirst in zwei Monaten mehr Geld verdienen, wenn du dich aufrichtig für Menschen interessierst, als in zwei Jahren, wenn du versuchst, dass jeder sich für dich interessiert. Simpel. Powerful. Okay, powerful. Ganz, ganz simpel. So. Und was tun wir dann, meine Freunde? Wir haben den Bedarf, oder? Wir wollen den Bedarf herausfinden. Der Bedarf kann alles sein. Und wie baue ich meine Forstkarte auf? Ich mache keine Fragerunde. Ich mache auch nicht, wer wird Millionär draus, sondern ich gehe rein und was mache ich? Ey, was geht ab, Asi? Ist alles fit bei dir? Ja, safe. Und bei dir? Ja, bei mir ist alles gut, Mann. Sehr geilen Tag gehabt, sehr viel erledigen können. Wie war es bei dir, Mann? Produktiv oder eiergeschaufelt? Produktiv oder schleppender gewesen? Ja, heute bist du schleppender. Warum denn das? Ja, hier und da, bla bla bla. Was hast du heute so gemacht? Ich gehe arbeiten. Erstes, was immer kommt bei mir, was hast du heute so gemacht? Und da sage ich meistens, ja, heute war ich auf der Arbeit. Okay, krass, was machst du denn genau? Ja, ich meine, Ausbildung als Kfz-Hermisch-Troniker. Okay, krass. Und warum? Also, ist es ein Traumjob oder bist du da so ein bisschen reingerutscht? Ja, merkst du, was mache ich? Ich baue eine Assoziationskette auf. Okay, so ist der Dialog. Ich baue eine Assoziationskette auf. Ich hange mich von Frage zu Frage, ohne ihn zu durchlöschern die ganze Zeit, sondern einfach ein bisschen jokey zu sein. Verstehst du, was ich meine? Einfach ein bisschen jokey zu sein. So, das ist der erste Punkt, den Bedarf herausfinden. Warum machst du das, was du tust? Ist es ein Traumjob? Und da sagen meistens die Leute, ja, ich mag es, aber guck mal, entweder hassen Menschen ihren Job oder sie hassen spätestens ihre Umstände. Keiner ist zufrieden mit 30 Urlaubstagen. Keiner ist zufrieden mit 2K im Monat, wenn ihr behauptet. Wer verdient überhaupt 2K im Alter von 18, 19, 20 Jahren? Insane. Keiner ist zufrieden mit der Rente. Am Ende des Tages will jeder was verändern. Jeder draußen. Deswegen ist I'm Academy die Lösung auf jedes Problem. Auf jedes Problem. Okay, simple Sache, oder? Ganz einfach. So, du fragst, ist es dein Traumjob? Okay, cool. Was willst du denn im Leben? Frag die Person, was willst du denn im Leben überhaupt? Was willst du im Leben überhaupt? So, und der zweite Key, ich will gleich auf den Dialog nochmal genauer eingehen, aber der zweite Key im First Call ist, sei real. Sei du selbst. Sei cool drauf, Mann. Okay? Hab keinen Stock im Arsch. Sei auch nicht cringe. Weißt du? Aber sei einfach real. Sei du selbst. Sei authentisch. Okay? Der dritte Key, geh mit der Einstellung rein, als wärst du ein Coach, als hättest du ein Coaching. Was meine ich damit? Wenn ich in einen First Call reingehe, ich gehe mit der Einstellung rein, das hätte die Person mir geschrieben. Simpel. Ich gehe mit der Person, wenn ich ein First Call habe, ich fühle mich so dabei, als hätte ich eine Anfrage bekommen auf Instagram. So musst du dich fühlen. Als wird die Person bei dir starten. Weißt du, was die erste Frage ist, wie ich es meistens immer stelle, nachdem ich gefragt habe, wie lief dein Tag? Warum willst du dir jetzt online was aufbauen? Direkt. Warum willst du dir jetzt online was aufbauen? Was ist der Grund, warum du dir jetzt online was aufbauen willst? Sage ich immer. In jedem Follow-up, in jedem... Hier sind sogar ein paar Leute, die ich vor einer Woche oder so mal geclosed habe. Weißt du? Ihr könnt es bezeugen. Was ist der Grund, warum du dir jetzt online was aufbauen willst? Weißt du, was ich meine? Was ist der Grund, warum du dir jetzt online was aufbauen willst? Ja, die geben sich selber die Gründe. Mir ist es egal, was sie sagen. Die geben sich selber einfach nur die Gründe, weißt du? Und ich schreibe mir die auf. Und das ist der Bedarf. Das ist der Bedarf. Und die meisten Leute sagen, ich will nicht mein Leben lang arbeiten und will unabhängig sein. Ich will der Familie was zurückgeben. Whatever. All diese ganzen Punkte. Verstehst du? Und das heißt, am Ende des Tages, was du irgendwo, wo du dir online was aufbauen willst? Das sind die drei Steps. Bedarf. Sei authentisch. Und geh mit der Einstellung rein, mit der Posture, mit der breiten Brust, als hättest du ein eigenes Coaching. Ganz ganz einfach. Als hättest du ein eigenes Coaching. So. Und wie baue ich den Dialog auf? Und zwar ganz einfach. Ich gehe rein in den Call mit Energy. Hey, was geht ab, Asi? Ist alles fit bei dir? Ja, bei mir auch. Mir geht's auch sehr gut. Ey, wie lief dein Tag? Warst du produktiv oder bist du schleppender gewesen? Ja, heute eigentlich schon produktiv. Hab das und das und das und das und das erledigen können. Und ja, das und das. Okay, cool. Du warst heute arbeiten? Okay, was machst du noch beruflich? Kf-Sermischer-Troniker. Warum machst du das, was du machst? Also, ist es ein Traumlob oder bist du da so reingerutscht? Ja, das ist kein Plan, Mann. Ich bin damals aus dem Abi raus und dann kein Plan, was ich machen sollte. Und dann meine Eltern haben mir das gesagt. Aber kannst du dir vorstellen, es bis 70 zu machen? Nee, 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 nee. Das sagen die immer. Nee, 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 nee. Niemals. Okay, cool. Nice. Ey, ich fühle aber deinen Punkt. Und was mache ich, Leute? Wichtiger Key im First Call. Bei First Call sollst du dir jetzt viele Notizen machen, by the way. Ich werde jetzt ein bisschen, ich will jetzt sagen, durcheinander reden. Aber ich will dir alles mitgeben, was ich habe im First Call. Und simpel, was mache ich? Und zwar sage, einfach simpel, und zwar Feel-Feld-Found. Das mache ich immer. Feel-Feld-Found. Ich sage, hey, verstehe ich. Hey, fühle ich. Ich war damals am selben Punkt wie du. Was heißt denn Feel-Feld-Found? Und zwar, ich verstehe dich. Ich war am selben Punkt und ich habe die Lösung gefunden. Simpel. Hey, ich bin in der Ausbildung, aber ich kann mir nicht vorstellen, es mein Leben lang zu machen. Ey, ich verstehe dich total, Mann. Ich war damals im Abitur. Und, Bro, ich bin ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, den traditionellen Weg zu gehen, es mein Leben lang zu machen. Weißt du? Und, hey, ich bin dann damals auf eine Möglichkeit gestoßen vor über zwei Jahren und konnte mir einiges ermöglichen. Warum? Weil das sorgt für eine Sache. Ich schreibe es in den Chat. Für was sorgt Feel-Feld-Found? Was kreiert Feel-Feld-Found für ein Gefühl bei der Person? Das ist ein Stichwort. Was denkt ihr? Vertrauen, ja? Ein bisschen, ich brauche ein genaueres Wort. Alaina sagt es. Identifikation. Identifikation. Menschen werden sich mit dir identifizieren können. Weißt du, wann das Closing stattfindet? Ab dem Punkt, nicht wo deine Aplanung reinkommt, ab dem Punkt, wo Menschen sich mit dir identifizieren können als Person. Weil Menschen sich denken, das, was er hat, das, was sie hat, ich will dasselbe. Er war am selben Punkt wie ich. Er hat meine Lösung. Wenn du zum Arzt gehst und ein Bein gebrochen hat und er nicht die Lösung für dich hat, gehst du zu einem anderen Arzt, oder? Wenn du zum Arzt gehst, aber er die Lösung für dich hat, was du tun kannst, um dein Ziel zu erreichen, um am schnellsten zu regenerieren, am schnellsten dich zu heilen, am schnellsten gesund zu werden, du bleibst bei dem und du vertraust dem, oder? Simpel. Das ist deine Rolle. Du hast die Rolle des Doktors. Simpel. So. Das heißt, was tun wir, viel fällt faun. Ey, ich verstehe dich total manchmal damals am selben Punkt wie du. Ey, ich konnte mir auch nicht faust, mein Leben lang zu arbeiten, also du wahrscheinlich genauso wenig, oder? Merkt ihr das? Ich werfe das immer rüber. Immer den Ball rüberwerfen. Ich bin gekommen mit Reelman, weil ich bin ja seit zwei Jahren in einem Game und ey, ich konnte mir nicht vorstellen, mein Leben lang zu arbeiten, bis 70 und auf eine Rente zu hoffen, also ich glaube doch, du wahrscheinlich genauso wenig, oder? Ja, ja, safe. Na, Mann, ich wollte irgendwo unabhängig sein und ich bin ja ehrlich, Mann, ich habe eine alleinziehende Mutter, drei kleine Geschwister und ich wollte denen einfach immer wieder was zurückgeben, weißt du? Ich wollte irgendwo unabhängig sein, viel reisen, weil am Ende des Tages, man kann viel Geld haben, du bist ja derselben Meinung, oder? Safe. Aber cool, aber hey, Moritz, was oder Asis, was sind denn jetzt deine Ziele eigentlich? Was sind Dinge, die du erreichen willst unbedingt? Ja, Finisteria frei werden, bla. Und wenn du es durch die Leute hast, die sind so Hausfrau, Kind, die sind nicht im Call, weil die Hausfrau, Kind wollen. Weißt du? Wenn so eine Person ist, die sagt, ja, nur Haus und ja, gesund sein, dann sage ich, okay, aber das sind doch Dinge, die du erreichen kannst mit dem, was du aktuell tust, oder? Ja, safe. Und was tun wir? Ich habe im ersten Punkt ja gesagt, du musst den Bedarf herausfinden, oder? Manchmal haben eine Person keinen Bedarf. Dann tun wir folgendes, wir stellen den Bedarf her. Und wie stellst du den Bedarf her? Du erzählst der Person von den Problemen heutzutage. Du erzählst dir, wie abgefuckt die Welt ist. Du erzählst dir, dass draußen alles teurer wird, aber das Gehalt gleich bleibt. Du erzählst dir, dass in einer Zeit leben, in der es normal ist, zu saufen, zu trinken, sich zu bekiffen, Drogen zu nehmen, unloyal zu sein, und in der es cringe ist, sich gesund zu ernähren. In der es cringe ist, ein loyaler Mann, eine loyale Frau zu sein. In der es cringe ist, vernünftig zu sein. Wenn du dich gesund ernährst, sagen Menschen, du bist auf Diät. Verstehst du was ich meine? Wenn du in den Gym gehst, sagen Menschen, du bist ein Spießer. Mittlerweile, es wurde, sorry guys, aber es wurde normalisiert, dass man übergewichtig ist. Es wurde normalisiert, und Leute, die ein Sixpack haben, die diszipliniert sind, die auf ihre Ernährung achten, die sich selbst meistern, werden geblamed. What the fuck? In so einer Zeit leben wir. In so einer Zeit leben wir. Das ist nicht eine Person, wie die Gesellschaft ist. Ich erzähle der Person, dass es keine ausreichende Rente geben wird, dass das Rentensystem nicht funktionieren wird. Ich erzähle einer Person, ich erzähle einer Person von meiner Geschichte, und du kannst auch meine Geschichte benutzen. Ich sage ihr, meine Mutter geht mehrmals schwarz arbeiten. Mehrmals schwarz arbeiten. Ich habe für Jahre lang meine Geschwister selber großgezogen geführt. Meine Mom konnte teilweise 10 bis 40 Stunden arbeiten, hatte keine Zeit. Und ich erzähle ihnen, wie es als Selbstständiger ist, dass du keine Zeit hast. Und ich frage die Person, Bro, wenn wir mal beide ehrlich sind, Moritz, was ist dir wichtiger? Zeit? Mit deinen Kindern? Oder Geld zu haben, aber es nicht verwenden zu können? Zeit, oder? Nice. Und was tue ich dann? Da hat er Bedarf. Und wisst ihr, wie ich jetzt einen Bedarf herstelle? Hast du einen Weg gefunden, deine Ziele zu erreichen? Nachdem wir über alles geredet haben, stelle ich nur eine Frage. Hast du denn überhaupt einen Weg gefunden, deine Ziele zu erreichen? Oder suchst du noch einen? Ich suche noch einen. Fertig. Jetzt bist du offen. Jetzt ist die Tür geöffnet. Jetzt will sie wissen, was du hier zu bieten hast. Weil jetzt sagt er schon indirekt. Ich weiß noch nicht, wie. Und dann gibt es zum Beispiel natürlich noch ein paar Leute, die sagen so, ja, ich habe so ein paar Dinge im Kopf und so ein paar Bücher gelesen. Seid ein bisschen ehrlicher zu denen. Ich sage dem so, okay, du hast durchgelesen, was hast du gestartet? Was hast du bis jetzt gemacht? Sag sowas mal ganz klar zu einer Person. Weil dir soll mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, verstehst du? Die soll checken, ey, ich brauche gerade was. Was ist der Grund? Frag auch, was ist der Grund, warum du das Ziel noch nicht erreicht hast? Warst du zu faul? Oder hat dir der Weg gefehlt? Oder warst du ein bisschen von beidem? Und jeder sagt, bisschen von beidem. Das sagen die meisten Leute ein bisschen von beidem. Ganz simpel. Und was mache ich dann am Ende des First Gold? By the way, ich werde dir pauschal nicht sagen können, wie lange der geht. Ich bin dir aber ehrlich, unter 10 Minuten sollte er nicht gehen. Ab 10 Minuten aufwärts, bleibt die überlassen. Aber nicht länger als eine halbe Stunde. Weil, wenn eine Person merkt, du hast 40 Minuten Zeit für sie, dann kann sie auch mal zu spät kommen. Weil dann weiß sie, ach, der hat doch eh Zeit. Hab limitierte Zeit, okay? Simpel. 15 bis 20 Minuten ist top. Das ist im Rahmen. So gemeine First Gold ist immer wieder. Aber wie gesagt, as I said right now, 15 bis 20 Minuten, weißt du? Ganz resurs ist es bei mir persönlich. Aber schau mal. Was machst du am Ende des First Calls? Hast du einen Weg gefunden, deine Ziele zu erreichen oder suchst du noch nach einem? Ich suche noch nach einem. Und was mache ich jetzt? Okay, cool, schau mal. Ey, Asis, du wolltest auch generell wissen, was ich mache. Wenn ich dir zum Ganzen, was ich mache, mal ein Video zukommen lassen würde, denkst du bis morgen, hast du es geschaut? Safe, ja, 100%. Okay, cool. Passt ja morgen mittags oder amends besser? Dann können wir uns beim Morgen über das Ganze mal quatschen. Ja, mittags. Okay, easy. 15, 13 oder 15 Uhr? 13 Uhr. Okay, cool. Schau mal, Moritz. Ich lasse dir mal gleich ganz kurz meine Webseite da. Und was mache ich jetzt? Jetzt gibt es drei Gründe, warum Menschen starten sollten. Ab dem Punkt ist es relevant. Der erste Punkt, weil jetzt musst du drei Dinge promoten. Mit dem First Call hast du es geschafft, dich selber zu promoten, oder? Check. Die Person hat jetzt einen Grund bekommen, bei dir zu starten. Der zweite Punkt ist, jetzt brauchen aber Menschen einen Grund, das Video zu schauen. So, was machst du? Du edifyst das Video, du promotest das Video, du sagst, hey, schau mal, ich schicke dir auf jeden Fall meine Webseite, ich sage dir eines, in den letzten zwei Jahren konnten wir über tausend Menschen verhelfen, sich irgendwo was aufzubauen, im Online-Bereich, mehrere Standbeine auch irgendwo hochzuziehen, weißt du? Aber wir konnten sehr, sehr viele Menschen damit inspirieren, bewegen, ihr Leben irgendwo auch beeinflussen. Deswegen zieh das Ganze auf jeden Fall aufmerksam rein, mach dir dabei Notizen. Und wenn du Fragen hast, hey, alles cool, schreib sie dir auf und wir quatschen morgen und spannen dir was ganz. Okay? Safe, das passt mir soweit. Perfekt. Wir hören uns morgen. Fertig. Das waren jetzt die zwei Punkte, oder? Jetzt kommt der dritte Punkt. Darauf geh ich dann gleich ein, weil das wird der nächste Skill sein. So, aber, was tun wir jetzt nach dem First Call? Du schickst der Person nicht ein Video raus, sondern du schickst die Webseite raus. Okay? Du schickst die Webseite der Person raus. Und die Webseite ist die hier, Guys. Ich will es nur kurz klarstellen. Beide, wenn du bei Team Alpha bist, nutzt eure Webseite oder wenn du bei ABA bist, ähm, okay, ich hab ein bisschen gespoiltert, egal. Egal. So, nutzt die Empire-Website, whatever, nutzt die Webseite deines Teams, aber nutzt die Webseite. Ist einfach viel, viel professioneller, okay? Ist viel professioneller. Verdammt geil. Nicht so cool gewesen. Egal, andere Sache. Nee, aber, nutzt die Empire-Website. So, dort kommt auch das neue Video raus. By the way, ich geb dir mit, schreib's jetzt das To-Do auf. Wir haben eine neue Geschäftspräsentation, die rauskam, mit Ilja gemeinsam. Die geht 10 Minuten, vor allem an dich, egal welchen Rank du hast. Lern das Video auswendig. Schau dir die Präsi an, lern präsentieren. Du brauchst keinen Rank, um ein Leader zu werden. Okay? Du brauchst keinen Rank, um ein Leader zu werden. Weil du ein Leader bist, hast du einen Rank. Und das entsteht durch Verantwortung, die du übernimmst vorher. Lern das Präsentieren für dich. Simple Sache, oder? Übe das. Gehe das für dich im Allgemeinen durch. So. Und was ist der nächste Skill? Okay, nach dem First Score, was mache ich? Ich schicke das Video raus erstmal. Die Webseite, lang einfach, hier ist der Link. Fertig. Bam. Und was tun wir dann? Wir machen das Follow-Up aus. Und natürlich nur unsere Upline gemeinsam. So, jetzt gibt's zwei Szenarien. Weil der nächste Skill, auf den ich jetzt eingehen werde, ist erstmal Verbindlichkeiten und dann auf das Edifying, okay? Der nächste Skill, auf den ich eingehen werde, der fünfte somit auch, sind die Verbindlichkeiten, okay? Wir holen wir anständig eine Verbindlichkeit ab. Und schreibst du direkt hin. By the way, die größte Verbindlichkeit, schreibst du auch, die größte Verbindlichkeit für einen Follow-Up Call ist eine Sache und zwar der First Call. Das ist die größte Verbindlichkeit. Der First Call. Und erklär dir warum. Eine Person, die auf ein Follow-Up erscheint, hat es schon mal in den Weg umgezogen zu starten. Warum denn? Sie ist doch nicht blöd. Sie weiß doch, und da sehen sie den Preis gesehen aus dem Video, er würde jetzt fragen, ob er starten will. Sie ist nicht blöd. Sie würde jetzt fragen, ob er starten will. Sie weiß das, die Person. Das heißt, wenn sie auf den Follow-Up kommt, dann hat sie jetzt mal in Erwägung gezogen, die Person zu starten. Sie hat es in ihrem Kopf mal durchgespielt. Der Grund, warum die Person aber nicht startet, hat zwei Gründe. Scheiß Edifying, wieder eine Upline, scheiß First Call. Das sind die einzigen zwei Gründe. Jede Person, die auf einen Follow-Up erscheint, sollte eigentlich starten, wenn die beiden Skills sitzen. Simpel. Eigentlich ganz einfache Sache, oder? Der nächste Skill ist Verbindlichkeiten. Wir holen die Verbindlichkeiten ab, wenn ich heute um 15 Uhr, Guys, bitte fragen am Ende, wie hol ich Verbindlichkeiten ab, wenn ich heute, whatever, um 15 Uhr beispielsweise, oder morgen um 15 Uhr eine Präsi habe, oder einen Follow-Up habe. Und zwar simpel. Wir holen nicht eine Stunde voll die Verbindlichkeiten ab. Warum tun wir das nicht? Warum denn? Weil Menschen sind unorganisiert. Menschen sind unorganisiert. Stell dir mal vor, du lädst jetzt beispielsweise, keine Ahnung, sag mal Rico. Okay, Rico ist mein Prospect. Und ich sage Rico dem Kollegen, ich sage, Bro, morgen hören wir uns 15 Uhr, easy. So. Und Rico steht um 10 Uhr morgens auf. Was passiert? Moritz ruft nach und sagt, Bro, hast du Bock, heute ins Kino zu gehen? 16 Uhr, heute der und der Film. Rico sagt, geil, Mann, bin ich down for. Rico macht es gerade ready, 14 Uhr, will zur Stadt fahren. Und da kommt eine Nachricht von whatever, von Manuel. Und Manuel, oder von mir besser gesagt, ne? Und ich sage zu ihm, yo, Bro, was geht? Wir haben gleich einen Call. Wisst ihr, was sich Rico denkt? Oh, der hat ja keinen Bock, ich will erst ins Kino gehen, Mann. Wisst ihr? Weil er es vergessen hat. Was fände ich aber Rico schon um 10 Uhr morgens geschrieben hätte? Direkt. Er hätte planen können. Er hätte sagen können, Bro, können wir mal am Abend gehen? Können wir später gehen zu seinem Kollegen? Oder Bro, ich kann heute nicht ein wichtiges Telefonat. Simpel, oder? Ganz, ganz einfach. Das heißt, da bin ich keinem wie A, so früh ab, wie es nur geht. Und B, wir holen Verbindlichkeiten nur indirekter. Das meine ich damit. Menschen hassen es, unter Druck gesetzt zu werden. Deswegen haben auch so viele Menschen ein Autoritätsproblem, weil sie einfach, weil sie es einfach hassen, einen Chef zu haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen und sie unter Druck setzt. Das heißt, was tun wir am Ende des Tages? Und zwar simpel, wir machen folgendes. Und zwar, wir holen indirekt. Ich mache mal, by the way, Kian, ich schreibe es dir auf. Follow-ups, nur über Zoom. Nur über Zoom. Nur über Zoom. Warum denn? Bro, wenn du deine Cam aus hast, wie soll deine Person sehen, wie du lächelst? Du hast ein wunderbares Lächeln. Wenn du deine Cam aus hast und die Person so anrufst, wie soll deine Person sehen, wie du die Dinge sagst? Menschen können viele Dinge falsch interpretieren, okay? In dem Follow-up, wer kennt es? Du mal der Einzige, wenn du es kennst. Okay, lass uns gerne die Anmeldung machen, schick dir jetzt einen Zoom-Link. Und du erstellst den Zoom-Link, du schickst dir den Prospect raus und der Prospect wartet und dann muss ich noch Zoom. Und er hat fünf Minuten Zeit für eine Nacht zu sehen, ob das Ganze wirklich losgehen ist oder nicht. Und kennst du das? Du schickst den Zoom-Link raus auf dich schon einfach. Obwohl du denkst, der wollte gerade starten. Hol dir Zoom. Warum? Weil du nur Zoom hast, kannst du auch direkt den Bildschirm teilen. Du kannst einen Follow-up mit einem Back-Off-Score gemeinsam kombinieren. Verstehst du, was ich meine? Hab immer Zoom für die persönliche Ebene. Sorg für mehr Vertrauen, Success, Love, Speed. Menschen vertrauen dich schneller, starten schneller, du kommst schneller in Ranks und so weiter und so fort. So im Momentum kreiert, okay? Simple Sache. Also guys, das heißt, was mache ich jetzt? Ich hole indirekt die Verbündlichkeit ab. Das heißt, ich mache eine Memo und sage zum Beispiel, Hey, was geht ab, Rico? Ich hoffe, dir geht es gut soweit. Schau mal, mein Bester. Und ich hole die Verbündlichkeit mindestens drei Stunden vorher. Schau mal, schau mal her, mein Bester. Ich würde das Ganze später um 15 Uhr über Zoom machen wollen. Ist einfach viel, viel persönlicher, dann sehen wir uns auch. Ich weiß nicht. Kennst du Zoom überhaupt? Weil, weil ich mir jetzt eine Frage stelle, muss er mir antworten. Er muss mir jetzt antworten. Und ich frage ihn nicht, bist du am Start? Sondern ich hole sie indirekt an, indem ich ihn die Frage stelle, weil indem er mir antwortet, besteht ja, dass er am Start ist. Versteht ihr? Simple Sache. So, ja, ich kenne Zoom. Okay, cool. Hey, dann lad das gerne auf einmal bis dahin runter. Zieh dir gerne das Video rein, Mann. Und dann freue ich mich auch später. Let's go. Ciao. Fertig. Fertig. Ganz, ganz einfach. Zoom mir Verbündlichkeiten ab. Indirekt. Wir benutzen Verbündlichkeiten für den First Call ab. Hey, was gedacht, Moritz? Ich würde dich später auf jeden Fall über WhatsApp anrufen. Passt dir das denn überhaupt soweit? Einfach. Für den Backoffice-Call. Hey, was geht ab, mein Bester? Ich mache das Ganze gleich auf jeden Fall über Zoom wieder. Passt dann bei dir alles mit der Verbindung, ich denke ja schon, ne? Einfach trotzdem fragen. Frag es einfach. Indirekt die Verbündlichkeiten abholen. Verstehst du? Indirekt. Wir wollen uns das Leben nicht erschweren. Simple Sache, oder? Wir haben jetzt die Verbündlichkeit abgeholt. Und jetzt stell dir mal vor, wir wollen jetzt mal gleich manchmal darauf eingehen. Ich stelle dir mal vor, bei der Verbündlichkeit, einer sagt dir, nee, bei mir passt das nicht. Oder, hey, pass nicht auf WhatsApp-Anrufe. Nee, ich habe keine Zeit. Wenn mir eine Person dann verschreibt, nee, ich habe keine Zeit. Schreibe ich einfach nur, okay. Einfach nur, okay, war mein Hals drungen geworden. Ich habe so viel rumgeschrieben. Ich schreibe einfach nur, okay. Warum schreibe ich einfach nur, okay? Weil das doch respektlos ist, oder? Du nimmst dir Zeit für eine Person. Jetzt imagine. Imagine, du nimmst dir Zeit für eine Person und sie schreibt dir, nee, ich habe keine Zeit. Warum willst du mit so einer Person zusammenarbeiten, oder? Standards haben. Jetzt imagine, aber die Person schreibt dir, hey, können wir das vielleicht verschieben? Ich bin gerade ein bisschen verhindert. Sorry für die Spontanität. Das ist nochmal ein anderer. Gelegenheit. Ja, hey, cool. Ey, können wir gerne auf jeden Fall machen. Kein Stress. Wir alle sind nur Menschen. Ich kann dir gerne mal ein paar Zeiten von mir durchgehen. Mir ist aber nur eine Sache wichtig. Ich bin ein sehr großer Fan von Zuverlässigkeit. Meine Zeit ist mir sehr wertvoll. Wenn ich nochmal die Zeit für dich nehme, muss ich mich auf dich verlassen können. Kannst du es von dir erwarten? Ja, safe. Fertig. Simpel. So. Jetzt gibt eine Person die Verbindlichkeit ab und sagt, ja, ich bin am Start. Fertig. So. Was ist jetzt der nächste Skill nach den Verbindlichkeiten? By the way, guys, wir gehen am Ende beim Q&A nochmal auf die Einwände ein, die dann kommen. Bei Absagen und Sofort. Dann kann ich da auch nochmal Punkte mitgeben. Aber Edifying, okay? Wie Edifying wird? Das ist der nächste Skill, okay? Das ist jetzt der, der sechste Skill. Wie funktioniert das Edifying? Und das Edifying, Leute, hat fünf Punkte. Schreibt sie dir auf. Fünf Punkte. Der erste Punkt ist, wer ist die Person? Okay, der erste Punkt ist beim Edifying, wer ist die Person überhaupt? Der zweite Punkt ist, was macht die Person aus? Der zweite Punkt ist, was macht die Person aus? Der dritte Punkt ist, was hat die Person erreicht? Was hat die Person erreicht? Der vierte Punkt ist, Exklusivität. Und der fünfte Punkt ist Energy. Einer bitte in den Chat schreiben, falls ihr nicht mitkommt. So. Erster Punkt, wer ist die Person? Was macht sie aus? Welche Resultate hat sie kreieren können? Exklusivität und Energy. Und wie meine ich das? Ich mache jetzt mal ein Live-Example vor, beispielsweise an Micky, okay? So. Und ich will jetzt auf die Punkte erst mal einzeln eingehen und dann machst du das Edifying selber als Beispiel. So. Bei wer bist du? Oder wer ist die Person? Willst du einfach nur ein paar grobe Infos? Das heißt, whatever. Moritz, der seit dem Jahr Unternehmertum tätig ist. Swita, die ein Team von zehn Leuten folgt. Keine Ahnung. Oder von mir aus, Sinem, die seit zwei Jahren Online-Unternehmerin ist. Einfach ganz kurz, wer ist die Person? Wer ist die Person? Und der zweite Punkt ist, was macht die Person aus? Und ich rede darüber, beispielsweise, über die Werte einer Person, über die Bodenständigkeit, okay? Was einfach Dinge sind, die sie bei mir im Leben beeinflussen konnte? Was Dinge sind, die sie bei mir im Leben selber beeinflussen konnte? Okay? Der dritte Punkt, was hat sie erreicht? Und dann sagst du nicht, sie ist Chairman Ten, Digga, und sie ist Peter Kay, und sie verdienen so und so viel 1.000 Euro im Monat? Nein, nein, wir reden niemals über das Einkommen. By the way, ich schreibe es dir fett auf. Und die letzten zwei Jahren habe ich noch nie irgendwem gezeigt, was meine Payouts waren, wie viele ich mal im Trading gemacht habe oder sonst wie. Noch nie, Leute. Warum sollte ich das auch? Warum denn? Leute, by the way, Leute, die Profits auf Instagram posten, posten sie nur, weil sie nichts anderes zum Flexen haben. Simpel, oder? Weil sie einer Person nicht genug Gründe geben können, bei einem zu starten. Deswegen nutzen sie blaue Zahlen auf Metatrader und damit sie sie hebeln können. Nichts, dass der Punkt ist, hebel dich selber. Menschen sollen bei dir starten, nicht bei deinen Profits. Weil wenn Menschen bei dir starten, wegen deinen Profiten, werden sie auch gehen, wegen den Profiten. Simple Sache, oder? Keine Inklang-Grebs machen. Einfache Sache, oder? Erzähl Menschen nicht von Einkommen. Warum denn? Wir wollen, dass Menschen inspiriert sind bei dem Impact, der gemacht wurde. Nicht bei dem Geld, welches verdient wurde, oder? Und ich sage bei, was er die Person erreicht. Ich sage, hey, wenn der Upland P2K ist, er hat eine Organisation von über Hunderten von Menschen. Stell dir mal vor, Moritz, du bist in seinem Alter, du bist 20 Jahre alt, von mir aus, du bist 20 Jahre alt und hast ein Team von 100 Menschen. So eine große Verantwortung. Wie würdest du dich führen? Ja, bist mir überfordert. Was er die Person erreicht? Er ist finanziell, zeitlich, geografisch frei. Zeitlich und geografisch frei. Er lebt vom Ganzen. Whatever. Hat auf Bühnen gesprochen, vor Tausend von Menschen. Wurde auf einer Bühne ausgezeichnet, vor 10.000 Menschen. Wenn dein Upland P1K-Leader ist, wurde auf einer Bühne ausgezeichnet, vor über 6.000 bis 7.000 Menschen im Ausland. Sag sowas mal. Erwähn sowas. Weil das sind Facts. Sie wurde auch ausgezeichnet, weil sie P1K ist. Verstehst du? Simpel. Der vierte Punkt, Exklusivität. Schau mal, du sagst, du bestehst drauf, dass die Person sich bei der Zeit deine Upland bedankt. Du bestehst drauf, weil sie wenig Zeit hat. Und der fünfte Punkt ist Energy. Und ihr merkt das, Guys. High Energy, schreibt den Satz auf, High Energy equals High Income. High Energy equals High Income. Warum ist das Edifying so wichtig, Freunde? Leute, Alex Morten sagte es eines Mal und er meinte, your level of edification oder your income is in direct correlation to a level of edification. Your income is in direct correlation to a level of edification. Dein Einkommen steht in direkter Korrelation zu deinem Level von deinem Edifying. Und warum ist das Edifying so wichtig? Wie Edifying alles im Leben. Du musst deinen zukünftigen Mann oder deine zukünftige Frau und deine Eltern edifying. Du musst deinen Abteil edifying, du musst deinen Teamcode edifying, du musst deinen Event edifying. Im Alltag musst du in Lage sein können, dich selber zu edifying. Du musst in Lage sein können, wenn du irgendwann in Sales zählst. Alles musst du edifying draußen. Alles. Du wirst deinen Kindern edifying müssen, warum es gesünder ist, sich in den Gym zu gehen und nicht den ganzen Tag vor Netflix zu hocken. Für mich, was ich meine. Du wirst Netflix de-edifying müssen. Edifying ist ein Lifetime-Skill, der so unfassbar wichtig ist. Okay? Und wie edifying wir? Jetzt gehe ich mal live drauf ein. Jetzt gehe ich mal live drauf ein. So. Fünf Punkte habe ich. Und zwar Micky. So. Wie bauen wir jetzt das Vollab auf? Ich rufe jetzt, oder besser gesagt, ich schicke den Link raus. So. Wir gehen jetzt aufs Vollab, oder? Ich schicke den Link raus an Moritz. So. Und was mache ich für Moritz? Ich schicke ihn dir nicht schon Punkt 22 Uhr raus, ich schicke ihn dir fünf Minuten früher. Zwei, drei Minuten früher. Und ich sage ihm auch extra in der Memo, okay, cool, wenn du weißt, dass Zoom ist, hey, komm gerne zwei, drei Minuten früher rein, ich habe dir was Cooles organisieren können. Simpel. Ich bin euch ehrlich, ich mache kein Pre-Edifying. Weil für mich ist das ein bisschen so, keine Ahnung, ich weiß nicht so recht, wisst ihr? Ich fühle es nicht so, aber du kannst auch Pre-Edifying im First-Kal machen. Aber, wir haben dein Edifying im Call, okay? Und ich schicke den Link an Moritz raus. Und jetzt, by the way, jetzt will ich den Key mitgeben. Ich stelle mir vor, Moritz kommt rein. Und Moritz, seine Audio funktioniert, das machen wir dann. Das machen wir dann. Quitten. Spaß. Nein. Was machen wir? By the way, wenn eine Person über das Handy reinkommt, wie in ihre Audio nicht funktioniert, was tust du? Du schreibst in den Chat rein unten links neben dem Kamerazeichen. Da hast du ein Zeichen, da steht irgendwie Audi über WLAN freigeben oder so. Und du schreibst in den Chat, drück unten links auf Zeichen drauf. Bei manchen Menschen sind es schlau genug, das zu sehen, wirklich keine Ahnung. Und wieder drauf. Wenn Audi stimmt, Smalltalk. Ey, was geht man? War es klar bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Nice. Wie lief dein Tag? War es produktiv? Ja, das und das und das. Okay, cool, Mann. Hey, schau mal. Ich habe dir gestern meine Website dagelassen und da gab es auch ein Video, was ein bisschen länger ging. Hast du das angeschaut? Ja oder nein? Ja, ja, habe ich mir angeschaut. So. Wichtige Sache. Niemals. Niemals. Holst du eine Ablehne dazu, wenn der Prospekt das Video nicht geschaut hat. Niemals. Weil das respektlos ist ihrer Zeit gegenüber. Simpel. Es ist respektlos ihrer Zeit gegenüber. So. Du hast das Video geschaut und du sagst, okay, cool, schau mal. Alter, ich konnte dir nicht erzählen, weil ich wollte dir nichts versprechen, was ich nicht garantieren konnte. Aber ich konnte dir was sehr Nices organisieren, weil ich bin sehr gut mit einem meiner Mentoren, dessen Kalender ich auch habe. Und ich habe gesehen, dass du zu derselben Zeit auch was frei hätte. Und ich wollte dir unbedingt die Möglichkeit organisieren, mit ihm wirklich reden zu können, ihm wirklich kennenzulernen, Bro. Weißt du, deswegen, hey, er hat dich wirklich bereit erklärt, gleich am Start zu sein. Ich will dir nur ein paar Dinge über ihn erzählen, damit du es nicht cringe ist, okay? Sag ich, okay. Ja, 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 safe. Okay, schau mal. Weil du musst dir vorstellen, die Person, die gleich dazu kommt und du schickst dann parallel den Link in der Upland raus. Fertig. Link parallel in der Upland rüber schicken. Die Person, die gleich dazu kommt, Bro, er ist Micky. Und du musst dir vorstellen, er ist seit über fünf Jahren, fünf Jahren mittlerweile, Teil von I.M. Seit fünf Jahren mittlerweile unternehmen. Und weißt du, das ist krass an ihm, ist, Mann, ich schätze ihn nicht nur sehr als Person, sondern auch als Mentor. Ich folge ihm, weil ich sage dir ein, ich habe unfassbar wirklich, unfassbar viel von ihm lernen können. Und der Mann wurde damals, vor seinem Business, wurde er über neun Mal in anderen Businesses weggescampt. Stell dir mal vor, Moritz, du wirst in neun Businesses weggescampt. Würdest du jemals noch ein anderes starten? Nee, niemals. Jetzt stell dir mal vor, Mann, wir haben gleich so eine Person, die hier gleich sein wird, weißt du. Weil du musst dir vorstellen, Micky hat das Ganze damals gestartet als obdachloser Mann. Er war damals acht bis neun Monate konnet obdachlos, hat in Kinos und Cafés gehustelt und sein Business von dort aus aufgebaut und sich finanziert in einer Imbissbude. Er hat in einer Imbissbude gearbeitet, weißt du. Und dann stell dir das mal vor, Mann, weil er ist jetzt mittlerweile fünf Jahre ein Unternehmer und das ist eine sehr große Inspiration für mich. Weil, der dritte Punkt, was hat sich erreicht, weil er ist mittlerweile zeitlich finanziell und geografisch frei. Ich bin dir ehrlich, erst an dem Punkt, wo wir beide hinwollen. Ich bin gekommen mit Real, Moritz, du hast mir gestern von deinen Zielen erzählt, Micky ist der Schlüssel für deine Ziel- und Träume, ich sag dir eine Sache. Er konnte mittlerweile in den letzten Jahren tausenden Menschen dabei verhelfen, sich ebenfalls das eigene aufzubauen. Er hat jetzt, er ist 23, er hat eine Organisation von über tausend Menschen. Stell dir mal vor, dass du so eine große Verantwortung wie würdest du dich fühlen? Ja, schon überfordert. Stell dir das mal vor, Mann, so eine große Verantwortung und er nimmt sich trotzdem die Zeit für dich, obwohl er sich nicht kennt. Ist schon krass, oder? Vierter Punkt, Exklusivität. Ich sag dir nur eine Sache, bitte bedanke dich bei seiner Zeit, weil ich bin die Comet Realman, die ist echt nicht selbstverständlich. Er hat, wie beide wissen, er hat besseres zu tun, er hat so ein großes Team, eigentlich muss er das nicht machen. Deswegen bitte ich dich wirklich, bedanke dich bei seiner Zeit gleich, okay? Easy. So, kommt ein Ablein und ein Ablein sagt, jo guys, was geht ab? Könnt ihr mich gut hören? Oder, jo Leute, wie geht's euch? Und was machst du dann? Du übernimmst das Wort. Sofort. Nicht, ja Bro, wir hören dich. Niemals, bitte, niemals. Yes Bro, wir können dich sehr gut hören. Ey, Miki Mann, danke echt für deine Zeit und du bedankst dich für die Zeit. Bitte, ey, bedank dich für die Zeit für deinen Ablein, Mann. Nur weil du denkst, schreib dir diesen Satz mal bitte auf und markier ihn dir. nur weil du Access zu einer Sache hast, heißt es nicht, dass es weniger wertvoll ist. Da meine ich, nur weil du einen Kalender hast von deiner P2 Ablein, heißt es nicht, dass sie weniger wertvoll ist, die Zeit. Verstehst du, was ich meine? Die Zeit ist ja immer noch wertvoll. Du hast ja einfach nur Access bekommen dazu. Das heißt einfach nur, dass es ein Privileg heißt. Heißt aber nicht, dass es weniger besonders ist. Bedank dich doch bei der Zeit, Mann, okay? So, und bedank dich bei der Zeit. Miki, schau mal, ich hab dir auf jeden Fall Moritz mitgebracht. Warum denn, guys? Und warum ist das Edifying auch relevant, Leute? Weil ich werde euch die Pyramide des Vertrauens kurz aufmalen. Einfach nur die Pyramide. Seht ihr alles? Seht ihr mein Whiteboard? Einmal kurz Daumen in den Cam. Alright, wunderbar, guys. Also, Leute, wir sehen jetzt mal davon aus, das ist jetzt eine Pyramide, okay? Sehr grauenhaft gezeichnet, ich weiß. So, und ich mach jetzt mal einfach die Buchstaben hin. So, das hier bist du. Okay, das hier bist du. Hier restet daneben, ei, 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 so. Hier restet daneben, PP steht für Prospect. Und hier oben mach ich jetzt UP hin für Upline. Damit ist folgendes gemeint, und zwar simpel, du persönlich, du hast zu deiner Upline eine Vertrauensebene, und dein Upline hat zu dir auch eine Respektsebene. Das heißt, ihr habt gegenseitig zueinander Vertrauen und Respekt, oder? Du und dein Prospect habt durch den First Call Vertrauen und Respekt zueinander. Weiß es aber folgender Punkt jetzt ist, dein Prospect kennt dein Upline nicht, und dein Upline genauso wenig. Das heißt doch, dein Upline hat weder Respekt zum Prospect, und ein Prospect hat auch kein Respekt zu deinem Upline. Und du kannst natürlich kein Vertrauen erstellen, aber was kannst du herstellen? Respekt. Du bist edifying, kriegst du Respekt. Für beide Seiten. Und ich sage, ey, Micky, schau mal, ich hab dir auf jeden Fall Moritz mitgebracht, Moritz und ich kennen uns beide seit gestern, wir haben ein sehr, sehr geiles Gespräch gehabt, Mann, und hey, schau mal, ich sehe in ihm genau das, was du damals in mir gesehen hast, weißt du? Er ist gerade Industriemechaniker, und will sich nebenbei was aufbauen und will auch seinen Eltern was zurückgeben. Deswegen, Bro, Micky, ich hab das Ganze mit dir organisiert, weil ich weiß, dass du so vielen Menschen helfen konntest und ihm die besten Steps mitgehen kannst für seinen Start. Er ist ready auf jeden Fall zu starten, passt perfekt ins Team rein, und ich gebe das Wort an dich, let's go. Fertig. Fertig. Wichtigere Regel an dich. Während des Follow-Ups, sag kein Wort. Kein Wort, wenn der Upline dich nicht aufruft dazu. Bitte. Mach nicht den Fehler. Nada, niente, sag gar nichts in dem Call, wenn der Upline dich nicht dazu aufruft. Okay? Simpel. Jetzt ist Edifying, jetzt haben wir das Edifying-Bronne, oder das Closing macht unsere Upline. Und was ist jetzt der Punkt, wenn deine Person am Ende nicht startet? Was tun wir jetzt? Obst du für deine Pipeline? Und das ist der letzte Skill für heute, unserer Pipeline. Oder besser gesagt, ja, das ist der letzte Skill für heute, unserer Pipeline. So, das sind die Steps zur Anmeldung. Und was, was ist die Pipeline? Die Pipeline sind die Leute, die noch nicht in deinem Business gestartet sind, aber potenziell Leute, die dich für das Ganze interessieren. Simpel. Und wie bauen wir die ganze Geschichte auf? Und es zeigt dir kurz, wie ich selber meine Pipeline aufbaue. So. Und das ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Die Frage ist erstmal aber, ups, die Frage ist erstmal aber, wer kommt auf deine Pipeline? Okay, die Frage ist erstmal, welche Person kommt auf deine Pipeline? Jede Person, die nach einem Vorlauf nicht startet, kommt auf deine Pipeline. Sogar, wenn sie Nein sagt. Komm auf deine Pipeline. So. Und dann sehen wir beispielsweise mal, zum Beispiel, wir sagen jetzt mal, so, Olga, okay? So, und ich weiß zum Beispiel, Olga ist nicht gestartet, weil, keine Ahnung, sie hat kein Geld. Sie wartet aufs Gehalt. Was mache ich jetzt? Olga und daneben, der Grund, warum sie nicht gestartet ist. Und ich schreibe zum Beispiel, Gehalt, und ich frage auch extra, wo kommt denn dein Gehalt? Am 15. Okay, Gehalt am 15. Ja, am Oktober, oder? Zeig, wie viel verloren. So, am 15.10. Und was schreibe ich da drunter, Freunde? Na, simpel, das, was ich ihr noch geben kann, für Impressionen, weil der Durchschnitts-Prospect startet ab der siebten Impression sowieso schon, okay? Simpel. Das heißt, wenn Olga hier noch nicht gestartet ist, schau mal, sogar wenn sie sagt, ja, ich will starten, ich warte nur auf mein Gehalt, Bullshit, Bullshit, mir ist es egal, wann ihr Gehalt kommt, ich gebe ihr so viele Impressionen, bis sie alles hat, was sie braucht. Das heißt, welche Impressionen können wir Leuten geben? Na, simpel, wir machen, wir lernen sich auf einen Team-Call ein, so, warte mal, Team-Call ein, wir machen ein neues Closing-Off, neue Upline, wir machen einen Back-Office-Call-Off, wo sie die Plattform sieht, wir machen einen Trading-Call-Off, wo wir gemeinsam die Trading und Trades setzen, wir schicken ihr irgendein bestimmtes YouTube, Guys, was ich immer mache in meiner Pipeline, ich schicke ihr manchmal eine Management-Call, beispielsweise von, von Muslim, oder, wenn du P2-Leader bist, eine eigene Management-Call hast, die du nice findest, promote sie. Ich habe so auf meinen Prospects meine Calls geschickt und mich selber promotet. Ich habe mich selber ge-edified dadurch, dass ich einfach ein guter Speaker bin. Und Prospects haben sie dann gecheckt. Simpel. Dadurch habe ich mich selber ge-edified und ihm klar gemacht, bei wem er startet. Das ist der Key. Ich habe mir klar gemacht, bei wem er eigentlich überhaupt startet, was für ein Privileg er eigentlich doch besitzt, oder? So, schicke ihn einen Management-Call und rede drüber. Haltet euch accountable. Und warum ist die Pipeline so wichtig? Das ist der Voller-Prozess. Warum, Leute? Weil Menschen, what happens, when life happens. Menschen, wenn sie unter falschen Umständen kommen, ins Leben kommen. Ich stelle dir mal vor, Moritz ist Feuer und Flamme. Er will starten am 15. Aber Moritz geht morgen zur Arbeit und sein Arbeitgeber geht ihm auf den Sack. Seine Mitarbeiter oder seine Kollegen sind alle negativ. Seine Freundin macht Schluss mit ihm. So, denkt ihr, wenn Moritz seinen Gehalt bekommt, überhaupt noch einen Kopf, wenn wir in die Go-Live-Session schauen? Natürlich nicht, oder? So, what happens when life happens? Was machst du dann? Du hältst Leute im Follower-Prozess. Du hältst Leute accountable. Du hältst Leute accountable. wenn du einer Person über eine Woche nicht mehr sprichst, ist es wie, als würdest du den ersten Call wieder machen. Dann meine ich, wenn du heute das Vorlauf hast und heute die Person Nein sagt und nicht starten kann und du dann warten musst, was passiert dann? Und zwar folgende Geschichte. Stell dir vor, du redest eine Person über eine Woche nicht und jetzt musst du Folgendes tun. Den ganzen Prozess wieder von neu. Der Person wieder die Impression geben. Warum denn? Weil eine Person vergisst irgendwann, was ihre Ziele sind. Eine Person vergisst irgendwann, was das Business bei ihr bewirken kann. Und deswegen ist es für dich unfassbar wichtig, von einer unfassbaren Bedeutung, dass du diese, wie heißt das, dass du in der Lage bist gleichzeitig, immer wieder, immer wieder, immer wieder eine Person accountable zu halten. Und wie oft kommen mit Leuten aus der Pipeline? Ich gebe den Richtwert mit, zwei bis dreimal die Woche. Zwei bis dreimal die Woche callst du mit Leuten aus deiner Pipeline. Du schickst die Manage-Stift-Callst rüber. Du callst dich auf einen, du holst dir noch eine Upline dazu. Und so weiter und so fort. Und so führst du eine Pipeline. Und wann sortieren wir Person aus der Pipeline raus? Einfach nur, wenn du merkst, eine Person kommt nicht mehr auf die Team-Calls. Eine Person antwortet dir später. Eine Person wird unzuverlässiger. Eine Person wird weniger wertschätzen. Ab dem Punkt an machst du Folgendes. Machst eine Memo oder du callst eine Person. Du sagst, hey, was geht ab? Zieh mir schon mal eine ganz kurze Sache. Ich bin dir ehrlich, in den letzten Tagen, du gibst mir nicht so den Vibe, als wärst du vollkommen, das Ganze zu starten. Ich bin dir ehrlich, meine Zeit ist wertvoll. Ich schätze dich sehr als Mensch und ich schätze deine Ziele sehr. Aber ich bin dir ehrlich, du machst auf mich einen Eindruck, als hättest du kein Bock mehr auf das Ganze und ich will meine Zeit ungehebend verschwenden. Wie sieht es bei dir aus? So. Jetzt hast du folgende Option. Entweder sagt die Person, nee, kein Bock mehr, was sie nicht sagen wird. Warum denn? Weil dadurch, dass du es ansprichst und sagt, deine Zeit ist wertvoll, entsteht wieder Folgendes. Du hast einen Standard. FOMO. Menschen kriegen Angst. Verstehst du das meine? Fear of missing out. Menschen haben mehr Angst davor, etwas zu verpassen, als etwas zu starten. Und so führst du effektiv eine Pipeline. Und so sind eigentlich die Skillsets. Das sind eigentlich alle Skills, die du brauchst bis zum Sign-up. Das Closing an dich selber, wirst du nicht selber machen, weil du eine Upline hebelt. Aber das sind alle Skills, die du selber brauchst, bis zu einer Anmeldung und alle Skills, die du brauchst, bis P600. Simpel. Bis P600. Die Lieder hier, die können es vormachen. Können es vormachen. Die können selber jetzt, an die P6-Lieder hier, dropp mal eine einzelne Chat, wenn es genau so war. Dass du nicht mehr gebraucht hast. Nur Edifying, First Goal und deinen Armplan hebeln, oder? Waren die einzigen Sachen, die wir brauchten, oder? Nichts anderes. Nicht das Leben verkommunizieren. Ganz, ganz einfach. Und das war es eigentlich, Guys. Ich würde am Ende nur kurz sagen, es ging sogar fast knapp, genau eineinhalb Stunden, ja, anderthalb Stunden genau mit den Skills, ne? Okay, Guys. Ich würde am Ende sagen, lass uns gerne ein Q&A machen, weil da eben mit einem Call kam noch ein paar Fragen. Deswegen, Guys, wenn ihr zu ein paar Dingen, eine Frage habt, zu irgendeinem Skill, Guys, drop sie gerne rein in den Chat, dann kann ich gerne drauf eingehen. Ich lasse es auch auf Recording, aber da kann man das im Nachhinein sogar so reinziehen. Und, genau, Freunde. Alright. Always. Gerne, Mann. Gerne. Muss man dafür 18 sein, um zu beginnen? Ja, du musst 18 sein. Und da gibt es keine Abkürzung. Nicht über Eltern starten, also das sage ich nicht an dich, aber wieder hier, du musst leider 18 sein. Was sagst du, wenn sie fragen, wie du im Trading verdient hast? Ich sage, dass ich im Trading verdient habe. Ich sage, wenn, weißt du, ich bin euch ehrlich, am Trading ist jetzt noch nichts verdient. Sage ich aber auch, warum. Ihr sagt der Person, ich habe in den ersten, im ersten Jahr und zwei, drei Monaten, habe ich nichts, Digga, mach es noch. Ne. Aber ich habe in dem ersten Jahr und zwei, drei Monaten, habe ich nichts im Trading gemacht. Kaum was. Sage ich der Person. Sage ich der Person. Das heißt, wenn eine Person mir sagt, hey Tarek, wie viel hast du im Trading schon verdient? Ich sage ihr, hey, warte, wie hieß die wieder? Adrian, Bro. Ich sage, schau mal Adrian, ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Cent verdient. Aber ich kann dir auch ganz genau erklären, warum. Ich bin jetzt, ich bin jetzt zwei Jahre am Start und ich habe die ersten anderthalb Jahre fast kaum was fürs Trading gemacht, wenn es sogar nur sehr, sehr wenig. Bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich, wenn das Ganze die ersten sechs bis zwölf Monate ernst genommen hätte, hätte ich jetzt viel mehr Geld verdient. Und ich bin ehrlich, das bereue ich sogar. Aber ich sage dir eines, ich kenne Menschen in meinem Team und Menschen in anderen Teams, die nur ein Jahr am Start sind, die kürzer am Start sind als ich und trotzdem mehr Geld verdient haben im Trading als ich. Weißt du? Ich hebele immer dann die anderen Storys. Also Posture. Ist immer die Art und Weise, hast du gemerkt, immer die Art und Weise, wie ich das sage, weißt du? Wenn die Person im First-Ground nicht rangeht, was dann? Micky würde sagen, weinen. Ne. Wenn die Person im First-Ground nicht rangeht, dann mache ich eine Memo, sage, hey, was geht ab? Ich hoffe, dir geht es sehr gut. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Zeit für eine andere Person, Anton. Gib mir gerne nur kurz, bis ich auch bei dir alles gut ist und dann kann ich mir gerne nochmal die Tage für die Zeit nehmen. Natürlich nur, ob er da voraussetzt ist, und dass ich auch, ob ich verlassen kann, aber gib gerne, bis ich auch bei dir alles gut ist. Weil, wenn ich frage, ob bei dir alles gut ist, dann wirke ich halt trotzdem ein bisschen immer noch freundlich, weißt du ja? Menschen haben so ein kleines Schuldgewissen irgendwo. Was für eine First-Ground nicht perfekt war, wenn man den Link mit dem Video schickt, aber er nicht mehr antwortet? Next. Next. Kann man nichts machen. Das kann man nicht mehr kontrollieren. Simpel. Ist ja sein Problem dann. Wenn der First-Ground sehr gut war und du den Link mit dem Video schickst und einen Follow-up ausmachst, wichtig, Leute, sehr wichtige Sache. Ich habe es eben nicht gesagt, tut mir leid, mein Fehler. Bumfam, ne? Immer im Call den nächsten Call ausmachen. Bei Pipeline und auch in einem First-Call. Niemals, schreib es dich dickfett auf, niemals eine Call verlassen, ohne den nächsten ausgemacht zu haben. Danke. So. Bro, kannst du nichts machen. Auffragen zur Wama-Quise? Gerne, Bro. Gerne, gerne, gerne. In Frankfurt gibt es viele Events, by the way. Wir haben ja etliche super Saturdays von Erik, von Hussein, glaube ich, ist von Hussein auch in Frankfurt, ich denke schon, und die Leute von NBA hier, können Sie kurz bestätigen, von Ramos, also gibt es reichliche Events in FFM. Was sagst du beim First-Call, wenn sie sagen, das ist ein Traumjob? Aber es kommt auf an, was ist das, Bro? So, am Ende des Tages, ich finde es ja geil, weißt du, aber trotzdem, ich sorge für den Bedarf. Ein Beispiel. Wenn ich dich frage, Alvin, was machst du gerade und du sagst, ah, whatever, ähm, du sagst, KFM, ich liebe meinen Job. Ich sag, ey geil, ich schätze das sehr, wenn Menschen das machen, was sie lieben. Aber immer eine Frage an dich, Alvin, kannst du dir wirklich vorstellen, dass du, wenn du 40, 50 Jahre alt bist, mit dem Beruf auch wirklich Zeit hast, für deine Liebsten, kannst du dir wirklich vorstellen, dass du mit dem Beruf, den du hast, im Monat noch wirklich ausreichend Geld hast, oder genug Geld hast, um mal wirklich reisend zu gehen, kannst du dir vorstellen, Alvin, immer nur im Jahr, 20 Tage lang auf Urlaub gehen zu können, bei irgendeiner Frage würde eine Person sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hast du den Bedarf schon hergestellt, weißt du. Einfach mehr Fragen stellen dann. Was sagst du, wenn Leute sagen, sie wollen sich das in einem anderen, was sagst du, wenn Leute sagen, sie wollen sich, sie wollen in einem anderen Zeitpunkt starten, fragen, warum sie in einem anderen Zeitpunkt starten wollen, herausfinden, warum, kann ja in allen Punkten liegen, weißt du. Und wenn sie das sagen, hebel dann Ablein, Ablein hebeln, Ablein hebeln, Ablein hebeln, weißt du. Ich kann immer sagen, ich will immer ein neues Vorderhaus machen, immer wieder, aber wenn eine Person mir sagt, hey, ich finde es ganz interessant, aber ich will nicht jetzt starten, warum willst du jetzt nicht starten? Weil ich jetzt eine Klausurphase habe, weißt du. Helfe ich dir total, eine Klausurphase ist sehr, sehr stressig, ich fühle mich vor damals am selben Punkt wie du, aber eine Frage an dich, einfach mal, Carolin. Sind wir uns nicht beide einig, dass wir mal eine Stunde am Tag haben, die wir eigentlich für Dinge unnötig verschwenden, die auch voll unnötig sind, oder? Dinge, die uns nicht weiterbringen im Leben? Ja, eigentlich schon. Wir alle kennen es, wir gucken Netflix, wir gucken Serien, oder? Safe. Ich war damals genauso wie du, weißt du. Denkst du nicht, dass wir es schaffen, für deine Ziele und Träume zu finden, sogar wenn du in der Klausurphase hast. Ja, ja, klar, safe. Wenn wir mir ehrlich sind, Carolin, Erfolg ist keine lineare Linie. Erfolg hat seine Ups und Downs. Du wirst Tage haben, da läuft es, und Tage haben, da läuft es nicht. Und Carolin, schau, wir beide sind uns ja einig, dass wir uns nicht abhängig machen, können wir in unseren Umständen, oder? Ja. Und Carolin, ich glaube, wir beide sind uns doch einig, dass sie im Leben was verändern müssen, oder? Ja. Und schau, Carolin, wir beide wissen, dass das eine Möglichkeit wäre, die dir helfen würde, oder? Ja. Lass uns starten. Ja. Bring auf die Ja-Schiene am Ende, weißt du? Ganz simpel. Also, was machst du? Ich verstehe dich, aber, Ja-Schiene. Wie gehst du mit dem neuen Insta-Update, um das personisch erstmal annehmen müssen? Das Update ist, glaube ich, genau wie vorher, eigentlich genau dasselbe. Ich glaube, die haben es jetzt nur, vorher war es ja Anfragen, jetzt heißt es nur Einladen, senden, aber ich glaube, das ist immer noch dasselbe. Glaube ich. Ich glaube, das ist immer noch dasselbe. Kommt mir nur. Also, Anfragen, weil da, kennt ihr das? Ich schreibe eine Person, dann kommt da drunten so das Kleingedruckte direkt. Das ist ja genau dasselbe jetzt gerade. Also, mach keinen Unterschied, Bro. Follow-up war noch nicht aus, man das hat, ja, genau, Bro, du sagst es, Jaden. Immer Follow-up ausmachen, weil dann hat die Person immer eine Verbindlichkeit, weißt du? Was könnte man falsch machen, wenn man zu keinem Präsis kommt, bei warmen Kontakte? Du meinst, Tom, wenn kein Process bei dir erscheint, was du dann wahrscheinlich falsch gemacht hast, was du dann wahrscheinlich falsch gemacht hast, Bro, der Person keinen triftigen Grund gegeben hat, das heißt, Bro, dann meine ich, wenn du einlädst, einer Person klipp und klar zu sagen, Bro, ich muss auf dich verlassen können, weil die meisten Leute machen den Fehler, eine Person sagt Ja und die sind dann so, okay, danke, ciao. Aber wenn eine Person mir Ja sagt, ich will ein Ja haben, JA, ich will ein Ja haben, ich will kein Jein, ich will kein Ja, ich will ein Ja haben von der Person, verstehst du? Eine Person soll mir klipp und klar ein Ja geben. Wenn ich kein Ja bekomme, trage ich mir keine Call ein. Wenn ein Prospect dir keine Zusage für einen Call gibt, kriegst du nichts bei deinem Upland ein. Wenn jemand mir nichts sagt, ich kann dazu 100% und du kannst auch mich verlassen, trage ich ihn nicht ein. Wenn du deine Zeit nicht respektierst, wird deine Zeit nicht respektiert. Sehr wichtig. Deswegen, ich würde sagen, Bro, du hast der Person nicht genug den Grund dafür gegeben. Arbeitest du auch mit Einzelpräsis? Ja, aber nur bei Launches oder bei qualitativeren Prospects, wo ich so merke, dass ich ein bisschen nach Gefühl habe, ich arbeite nicht nur mit Vorlaufs, wenn ich ehrlich bin, weil das Video sehr, sehr stark ist und ich gut mit First Girl bin. Einfach das. Was ist mit warmen Kontakten aus der Schulzeit, mit denen man kaum ein Wort gesprochen hat, einfach wie andere? Ja, so wie ich eben gesagt habe, Arthur, also am Anfang haben wir es angeschnitten. Du schreibst der Person, weißt du, ganz simpel, du schreibst der Person und einfach, hey, was geht ab, alles klar bei dir? Sag mal Arthur, das ist dein Kollege aus der fünften Klasse, whatever, und du schreibst der Person, hey, was geht ab, Arthur, lange nicht mehr gesprochen, alles fit bei dir? Ja, und bei dir ist, hey, was machst du gerade eigentlich aktuell? Dir kommt ein Smalltalk, vor allem kein Furster mehr, warum der verletzt, okay, cool, und dann kommt die Frage, was machst du aktuell? Ey, ich bin Industriemechaniker, was machst du aktuell? Dann kommt die Gegenfrage an dich, Bro. Ja, ich bin, kann ich, ich gehe zur Schule und baue mir Nebeneinkommen auf. Was ist das Nebeneinkommen? Bro, ich kann es jetzt nicht erklären, passt, wenn ich das Ding einfach mal anrufe, also wie ich eben gesagt habe, ganz simpel, weil dann ist es nicht künftig, wenn die Person anrufst. Ja, safe. Alright, geil, Easy, guys, ich glaube, keine Fragen, am besten erst voll viel Smalltalk und dann, ähm, Bro, muss nicht, einfach nicht so viel nachdenken, man. Also einfach nicht so viel, aber für Smalltalk, kannst du machen, Bro, sehr authentisch, sehr real, sehr gechillt mit den Leuten, ich meine, das sind ja warme Kontakte, weißt du, da ist es ein bisschen different, als mit Kaltkontakten, ähm, aber genau, guys, easy. Alright, ey, wenn wir keine Fragen haben, Freunde, ey, dann würdest du sagen, ich bin echt mega, mega gefreut, danke auf jeden Fall, dass ihr alle am Start wart, äh, das war ein massiver Input, mir war es aber wichtig, um den Call zu machen, ich wollte es eigentlich schon wie mein Team machen, aber ich dachte mir, hey, aber ich mache es einfach, äh, ja, ja, ich glaube, ich mache es einfach öffentlich, weil ich denke, dass jeder irgendwo nochmal den Input braucht, vor allem jetzt in dieser Phase, Leute, wir sind jetzt an jeden hier wirklich ein Appell, und ich mache es einfach, Vielen Dank.